Willkommen zurück, meine Freunde. Wir sind heute mal wieder bei meinem Arbeitgeber Insolito. Ja, Insominsolito. Meine Maus spinnt ein bisschen. True Crime. Mal wieder True Crime Donnerstag oder wann auch immer ich das hochladen werde. Wir hatten Lars Mittag, Rebecca Reusch und dieses Mal schauen wir uns spurlos verschwunden in Panama. Der Fall Chris Kremers und Lisiane Frohn an. Ich bin sehr hyped. Ich bin sehr hyped. Wie gesagt, wir gehen straight rein. Und genau. Ich versuche hier Insolito nicht allzu sehr auszuzuzeln. Deswegen machen wir hier nur alle ein bis maximal zwei Wochen machen wir hier ein Video. Damit es auch spannend wird. Chris Kremers und Lisanne Frohn ist heute vielleicht einer der bekanntesten und meistens... Aber ich sehe euer Feedback und ich weiß, wie sehr ihr euch dürstet. ...vertierten Vermisstenfälle überhaupt. Zwei junge Frauen, die sich nach ihrem erfolgreich abgeschlossenen Studium auf eine Reise ans andere Ende der Welt machen und nie wieder zurückkehren. Auch ich habe schon ganz am Anfang meiner YouTube-Zeit ein Video zu diesem Fall hochgeladen. Bis heute beschäftigt er mich wie kaum ein anderer. Und genau deshalb möchten wir mit dem heutigen Video noch einmal in den Fall einsteigen. Und zwar so umfangreich wie möglich mit neuen Ansätzen und Theorien. Auch wenn ihr den Fall schon kennen solltet, wird es sich lohnen, dieses Video vollständig anzusehen. Denn es gibt ein... Ich kenne den Fall zu 100% nur oberflächlich. Ich habe nur gehört, dass es den Fall gibt, aber vielmehr weiß ich auch nicht. ...neue Details, die Raum für neue Annahmen und Spekulationen schaffen. In den nächsten Minuten begeben wir uns gemeinsam mit Chris und Lisanne auf ihre letzte Reise und versuchen nachzuvollziehen, was den beiden jungen Touristinnen im Dschungel von Panama zugestoßen sein könnte und weshalb niemals ein paar Knochen fragwürdige Telefondaten und verstörende Bilder von ihnen gefunden werden konnten. Der lange Video ist immer so gut, viel besser als solche Shorts, wo alles komprimiert gezeigt wird. Ey, da kannst du wirklich ins Detail gehen. Und ich glaube, bei einem Insolito-Video, das wirklich so eine Stunde geht, da ist halt egal, wie lange das Video geht, da ist einfach nur wichtig, dass du halt alles drinnen hast. Und das respektiere ich und das finde ich gut. Und gerade bei so True Crime oder bei wirklichen Videos, wo du vielleicht auch irgendwas aus den Zuschauern halt herausholen könntest, jetzt nicht, dass es irgendwie annähernd an Aktenzeichen XY oder sowas da drankommt, aber trotzdem, wenn du vielleicht dann jemanden erreichst, der vielleicht da irgendwas gesehen haben könnte oder sowas, dann hast du natürlich bei einem aussagekräftigen, langen Video viel mehr Impact als bei einem kurzen Yo, da gab es mal einen Fall, da sind zwei verschwunden und genau, man hat sie nicht mehr gefunden. Deswegen, das ist ganz cool. Kapitel 1 Die große Reise Anfang der 2010er Jahre wird es für junge Menschen immer üblicher, die Welt zu erkunden und auf ausgedehnte Reisen zu gehen. Auch Chris Kremers und Lisanne Frohn aus den Niederlanden möchten sich 2014 nach ihrem abgeschlossenen Studium mit einer großen Reise belohnen. Für die beiden jungen Frauen soll es in südamerikanische Panama gehen. Das Landwing mit zahlreichen Nationalparks, großen Urwaldgebieten und endlosen Sandstränden. Noch dazu ist Panama als Reiseziel recht budgetfreundlich. Für die beiden Freundinnen Chris... Ey, Panama ist sehr, ist sicher sehr, sehr schön, nur irgendwie je weiter weg etwas ist, desto mehr Sorgen mache ich mir. Einfach automatisch. Im Sinne von... Meine Freundin wird gerne nach Thailand, aber erstens, ich scheiße mich an wegen einem Flug. Und zwar... Ja, safe. Seven vs. Wild. Ja, ja, safe. Und zweitens, ich weiß nicht, ich weiß nicht, es ist halt, je weiter du weg gehst, desto anders sind auch die Kulturen und anders sind die Menschen und so. So nicht, dass es was Schlechtes ist, es ist nur einfach, ich bin es nicht gewohnt. So, deswegen, wir haben sehr, sehr viel in der EU schon abgeklappert und das fand ich wirklich sehr geil. Also hier, ich war in Deutschland, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Italien obviously, Kroatien und dann noch alle möglichen anderen Länder. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich noch so war. St. Lisanne ist die Destination Panama, also eigentlich perfekt. Chris wurde 1992 geboren und ist zum Zeitpunkt der Reise 21 Jahre alt. 2003. Ne, Skalibu City. Ja, stimmt, natürlich. Wir waren auch in Tschechien, Ungarn, Budapest. Jetzt entschloss sie ihr Studium in Cultural and Social Education an der Universität in Utrecht ab. Ihr war klar, dass sie danach gerne ins Ausland gehen und etwas von der Welt sehen wollte. Außerdem hatte sie vor, nach ihrer Rückkehr noch Kunstgeschichte zu studieren. Lisanne ist ein Jahr älter als Chris und hat ebenfalls gerade ihr Studium abgeschlossen. Sie hat in Deventer den Studiengang Applied Psychology belegt. Chris und Lisanne lernten sich während der Arbeit in einem Café namens In den kleinen Hub in Amersford kennen. Beide kommen ursprünglich von dort und ziehen nach ihrem Studium zurück dorthin, um in dem Café zu jobben und etwas Geld anzusparen. Die beiden wohnen auch zusammen in einer Wohngemeinschaft. Es ist saudope. Das ist Real Talk saudope, wenn du im Gleichen, wenn du, gut, da kannst du vielleicht ein bisschen am Arsch gehen, aber wenn du in einer WG wohnst und dann auch noch mit deinem besten Freund so im gleichen Café oder halt gleichen Jobs so arbeitest. Das ist schon irgendwo ein Dream. Chris war vorher schon einmal in Peru. Lisanne allerdings hatte noch nie eine große Reise unternommen. Die beiden arbeiten sechs Monate gemeinsam und sparen ihr Geld für den Trip, der sechs Wochen lang dauern soll. Die Reise soll aber mehr als nur ein Urlaub an der panamäischen Küste werden. Chris und Lisanne möchten vor Ort humanitäre Hilfe leisten und erkundigen sich nach Organisationen und Institutionen, die ihnen die Arbeit mit Kindern vor Ort ermöglichen. Und am 15. März 2014 ist es soweit. Zunächst fliegen die beiden jungen Frauen von Amsterdam über Houston nach Costa Rica, ehe sie mit dem Bus nach Panama weiterreisen und in der Provinz Boccas del Toro ankommen. Von dort geht es für die beiden auf eine der vielen Inseln vor der Küste Panamas, wo Chris und Lisanne sich ein wenig einleben und beginnen Spanisch. Das ist schon crazy. Meer ist immer sehr, sehr crazy, sehr, sehr wild. Am 29. März reisen die beiden nach etwa zwei Wochen Aufenthalt weiter nach Boquets, einer kleinen Stadt in der Nähe der Grenze zu Costa Rica. Obwohl nur etwa fünf... War da ein fucking Vulkan? Einer kleinen Stadt in der Nähe der Grenze zu Costa Rica. Nee, das ist ein Berg. Das hat ausgeschaut wie so ein Vulkan oder sowas. Ey, Meeresbrise ohne Spaß. Ich bin jetzt kein so Meer-Mensch zu 100 Prozent. Ich will jetzt nicht dort leben, ne? Aber ich bin jetzt auch nicht zu 100 Prozent so ein Bergmensch, aber so Bergluft und Meeresluft, bist du deppert. Also das sind immer solche Erlebnisse. Das ist so wie wenn du so im Sommer, weißt du, so einen warmen Sommertag hast und dann regnet es und dann ist so Nachmittag und alles ist so ein bisschen so abgeklungen, aber es riecht so extrem nach frischem Regen. Bist du deppert, oder? Warum gibt es eigentlich kein Parfum so davon? Einfach so nach, yo, du riechst nach frischem Regen. Das wäre doch sexy. Obwohl nur etwa 15.000 Menschen in Bouquet leben, wird die Region für Touristen immer beliebter. Es gibt zahlreiche Wanderwege in der abwechslungsreichen Landschaft, Kaffeeplantagen und zwei Sprachschulen. Über eine Reiseagentur haben Chris und Lisanne dort eine Gastfamilie gefunden, bei der sie wohnen können. Chris und Lisanne haben dort ein eigenes Zimmer und sogar einen eigenen Eingang. Die beiden haben geplant, bei der nahegelegenen Schule auszuhelfen. Auch das hatte die Reiseagentur für die beiden organisiert. Doch als die beiden zum vereinbarten Termin an der Schule auftauchen, werden sie abgewiesen. Der Schulleiter wird später sagen, die beiden jungen Frauen hätten kaum Spanisch gesprochen und wären auch darüber hinaus nicht an der Schule gebraucht worden. Die Planung von Chris und Lisanne ist nun also hinfällig. Beide sind sehr enttäuscht darüber, denn sie bekommen wohl keine richtige Begründung dafür, was bei der Planung schiefgegangen ist. Anstelle eines Arbeitsalltags haben die beiden nun also eine Menge Freizeit, um die Gegend zu erkunden. Am 1. April möchten die beiden eine Wanderung unternehmen und den El Pianista Trail in der Nähe von Bouquet begehen. Inklusive des Hin- und Rückwegs beläuft sich die Route auf etwa 8 Kilometer. Nach drei Kilometern gibt es einen Aussichtspunkt. Die Route ist bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt und gilt gemeinhin als ungefährlich. Zumindest bis zum 1. April. Gibt es da in Panama irgendwelche, ich weiß nicht, irgendwelche wilden Tiere, jetzt so Snakes oder sowas? Das Einzige, was ist so die schlimmsten. Das Heftigste, was ich so in freier Wildbahn gesehen habe, war einfach Wildschweine, halt in Österreich so. Aber als sonst habe ich noch nie irgendwas gesehen. Großkatzen? Ja, ja, okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, in Panama gibt es alles, was dich kennen kann. Affen? Ja, okay, aber so einen Affen können sich schon fetzen. Insekten? Ja, okay, das ist Arsch. Krokodile? Okay, gegen einen Krokodil kannst du nicht wirklich viel machen. Egal, einfach mit einer Glocka schießen. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, so ein Krokodil, so ein Alligator, der kann dich schon ordentlich verletzen, bevor der auch den Schutzwunden erliegt. Du hast mal einen Dino gesehen, das ist crazy. Drachenlord. Also, so kleine Viecher, ja, so Snakes oder sowas, die musst du auch erstmal treffen mit der Glock. Deswegen am besten einfach eine Spaß 12 einpacken, da kann nix passieren. Ja, das ist dann relativ easy. 2014. Denn an diesem Tag werden Chris Kremers und Lisanne Frohn nicht vom Pianistertrail zurück. Das ist doch illegal. Ja, es ist doch illegal, Menschen umzubringen und trotzdem machen es die Krokodile. Also, hä. So. Na, komm. Aber generell, ich finde, so eine Reise hört sich sehr, sehr interessant an. Es wäre nichts für mich, aber ohne Spaß in so ein fremdes Land zu reisen und dann auch so in die Schule zu gehen und das so mitzubekommen, wie die Leute dort auch leben, na, das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Das ist halt mehr als nur so das, was halt ich immer mache, so halt in eine Stadt reisen und halt, also du reist in ein Land und dann bist du halt in der Hauptstadt. So wie wenn ich sage, yo, ich war in der Türkei, war ich halt in Isti oder ich war in Estland, war ich halt in, fuck, was ist die, Riga oder so, Tallinn, ich weiß nicht mehr, ich glaube Tallinn war sehr schön, aber Estland ist ein sehr schönes Land. Am 1. April möchten Lisanne und Chris also zur Wanderung auf dem El Pianistertrail aufbrechen. Ein Taxifahrer namens Leonardo Arthur G. wird später aussagen, er habe die beiden gegen 13.40 Uhr am Startpunkt des Wanderweges abgesetzt. Allerdings widerspricht die Kamera, die die beiden dabei hatten, der Aussage von Leonardo. Die Bilder, die Chris und Lisanne damit gemacht haben, haben nämlich einen Zeitstempel. Und dieser legt nahe, dass die beiden schon um etwa halb zwölf auf dem Wanderweg angekommen sind. Okay. Neben der Digitalkamera haben die beiden Frauen einen Rucksack dabei, etwas Wasser in einer oder zwei Flaschen, sowie ihre Handys. Chris besitzt ein iPhone 4, Lisanne ein Samsung Galaxy S3. Am Anfang des Trails befinden sich noch ein paar Häuser, ehe der Weg in den Dschungel mündet. Schon dort werden Chris und Lisanne laut einem niederländischen Medium von Anwohnern angesprochen und darauf hingewiesen, die Wanderung lieber nicht allein zu bestreiten. Wovor genau die Anwohner die beiden gewarnt haben sollen, ist nicht bekannt. Naja, dann wahrscheinlich irgendwelche Viecher. Eine Anwohnerin namens Marzina bestätigt, Chris und Lisanne auf ihrem Weg gesehen zu haben, während sie selbst in ihrem Garten gearbeitet habe. Die beiden seien allein gewesen. Auch andere Anwohner geben an, die beiden Touristinnen auf ihrem Weg zum Gipfel des El Mirador auf dem El Pianista Trail gesehen zu haben. Okay, aber vielleicht hat er sich auch einfach mal in der Uhrzeit vertan. Das kann ja auch sein. Die Route soll etwa drei... Noch, noch finde ich nichts allzu crazy daran, weil halt, ja, das ist ja, komm, du bist irgendwo im Dschungel in Panama und sowas und wenn du dich nicht auskennst, ja, Geister werden sein, wenn du dich nicht auskennst, dann kann ich mir schon vorstellen, so, ja, ist vielleicht besser, du nimmst halt irgendwie mit oder du kannst dich auch irgendwie verletzen, du kannst da irgendwie ausrutschen und sowas und dann halt, was machst du dann? So, hast keine Ahnung, vielleicht hast du kein Medikit dabei oder sowas. Eine Stunde dauert und eignet sich auch für weniger erfahrene Wanderer. Okay. Ebenfalls am Beginn des Wanderweges befindet sich ein Restaurant namens Il Pianista, das bei Wanderern sehr beliebt ist. Der Besitzer des Il Pianista sagt aus, Chris und Lisanne hätten seinen Hund, einen sibirischen Husky namens Azul, mit auf die Wanderung genommen. Der Hund habe Touristen oft auf dem Trail begleitet, normalerweise jedoch auch auf dem Rückweg. Doch Azul sei um späten Nachmittag allein zurück zum Restaurant gekommen. Chris und Lisanne seien jedoch nicht wieder aufgetaucht. Außer der Aussage des Restaurantbesitzers gibt es aber kein Beleg dafür, dass Lisanne und Chris Azul wirklich mitgenommen haben. Ja, warum sollte der lügen? Wir wissen aufgrund von Fotodateien, die auf Lisanns Kamera gefunden wurden, dass Lisanne und Chris gegen 13 Uhr den Gipfel des El Mirador erreicht und dort eine gute Viertelstunde verbracht haben müssen. Ah, okay. Ist es der? Das schaut so aus, als könnte man da, also ich meine, ich sehe keinen Pfad, aber weißt du, als könnte man da so gehen. Na, oh ja, das sind mehr als 8 Kilometer. Oder? I don't know. Naja, ist ja wurscht. Die beiden Touristinnen genießen die Aussicht und machen einige Fotos. Um 13.14 Uhr wird über Lisanns Samsung Handy Google Maps aufgerufen. Doch es wird angenommen, dass die beiden nicht den El Pianister Trail zurückgegangen sind. Hätten sie das getan, hätten sie gegen etwa 15 Uhr wieder zurück am Startpunkt sein können. Stattdessen gilt es auf Basis weiterer Fotos als gesichert, dass die beiden den Gipfel herunter, tiefer in den Dschungel gelaufen sind. Was danach geschehen ist, weiß bis heute leider niemand. Fest steht aber zweifelsfrei. Die beiden Niederländerinnen kehren am 1. April nicht von ihrer Wanderung zurück. Gegenüber einer niederländischen Zeitung soll die Gastmutter Miriam gesagt haben, es sei recht normal, dass junge ausländische Touristen auch mal über Nacht fortbleiben würden. Also wenn ich mit einem süßen Hund wandern gehen würde, würde ich auch von dem Fotos machen. Ja, maybe. Schauen wir mal, ob der Hund noch... Aber das wäre eigentlich egal. Also es wäre eigentlich... Was würde das für einen Sinn haben, dass der da lügt? Und wenn das eh standardmäßig so ist, dass der da einfach mitgeht, das ist voll sweet. Du hast dich gerade erschrocken wegen mir oder was? Entschuldigung. Deshalb habe sie die Abwesenheit von Chris und Lisanne am 1. April nicht weiter hinterfragt. Zumal die beiden ja einen eigenen Eingang haben und somit auch von ihrer Gastmutter ungesehen kommen und gehen können. Daher habe Miriam am 2. April dann wie gewohnt das Frühstück serviert und sich auf den Weg zur Arbeit gemacht. Eigentlich hatten Lisanne und Chris am 2. April eine Verabredung. Um 8 Uhr morgens hätten sie sich mit dem Reiseguide Feliciano Gonzales treffen wollen, um eine Kaffeeplantage zu besichtigen. Lisanne und Chris seien Feliciano laut seiner Aussage am Morgen des 1. April flüchtig in der Sprachschule über den Weg gelaufen. Sie hätten aber nicht miteinander gesprochen, sondern einander nur aus der Ferne gegrüßt. Später am 1. April habe er einen Anruf der Sprachschule erhalten, die für Lisanne und Chris den Ausflug mit Feliciano vereinbarte. Am 2. April hätten Chris und Lisanne sich dann um 8 Uhr morgens mit Feliciano vor der Sprachschule treffen sollen. Auch eine deutsche Touristin namens Aileen ist für die Tour angemeldet. Während diese vereinbart um 8 Uhr vor der Schule auf Feliciano trifft, tauchen Chris und Lisanne nicht auf. Und nachdem die beiden nicht aufgetaucht sind, will Feliciano Miriam kontaktiert und sich nach den beiden erkundigt haben. Feliciano und die Gastmutter der beiden Niederländerinnen sind... Warum sagt er nicht die ganze Feliciano? Ich meine, wahrscheinlich spricht man ihn so aus, aber halt irgendwie... Okay. Am Telefon habe Miriam Feliciano erzählt, dass im Garten des Hauses ein Zweitschlüssel versteckt sei und ihn gebeten, nach dem Mädchen zu sehen. Feliciano sei daraufhin gemeinsam mit Aileen zu Miriams Haus gegangen. Dort hätten Feliciano und Aileen das immer noch unberührte Frühstück vorgefunden und danach das Gästezimmer aufgesucht. Doch auch dort sind Chris und Lisanne nicht zu finden. Spätestens jetzt ist also klar. Also einrichtungsmäßig absolut hideous. Yo, lass mal rosa... Lass mal rosa Vorhänge bei meiner kotzgrünen Neon... Irgendetwas muss passiert sein. Als Chris und Lisanne auch am frühen Abend des 2. April weder zu Hause noch an der Sprachschule aufgetaucht sind, informieren Aileen und Feliciano die Polizei. Woraufhin am darauffolgenden Tag, den 3. April, eine groß angelegte Suchaktion gestartet wird. Es ist halt Arsch, weil wahrscheinlich siehst du sie aus der Luft halt erstmal nicht. Also selbst wenn du mit dem Helikopter fliegst, also es wäre... Natürlich ist es den Versuch wert, weil vielleicht haben sie da ja irgendwo auch einen Hinweis oder sie haben irgendwo Feuer gelegt oder sonst was und du siehst halt den Rauch aus der Luft oder sie haben... Sie sind gerade auf einem Pfad, wo man sie sieht und so. Oder sie hören ganz einfach auch den Hubschrauber und dann klettern sie auf den Baum oder was weiß ich was. So. Aber wie suchst du dann wirklich die Leute? Du musst ja wirklich mit anderen Leuten einfach straight by foot da durchgehen durch den Dschungel und du hast ja null Ahnung wohin. Wärmebildkamera. Das ist gar nicht mal so ein schlechter Call. Ist halt nur die Frage, erstens haben die das und zweitens bringt das was durch so dichtes Gestrüpp? Die Suche. Okay, wir werden es herausfinden. In dem verschlafenen Örtchen Bokett ist von nun an nichts mehr so, wie es einmal war. Helikopter kreisen auf der Suche nach Lisanne und Chris über den El Pianista. Aber das sieht halt auch gar... Ja, schau hier, Helikopter. Aber das sieht halt auch gar nicht mal so groß aus. Mir ist schon bewusst, das ist halt größer, obviously hier als in diesem kleinen Bild, aber ich meine, da ist so diese Village, da ist noch so ein anderer Village-Teil und sowas und da geht es dann immer noch weiter und da... Ist das dann dieses Restaurant, wo der Hund dann mitgegangen ist oder ist es das hier? Ne, das hier ist das Restaurant, glaube ich. Und ab da sind sie dann so weitergegangen und das ist ja relativ offen hier. Das ist relativ offen hier, dann ist hier so ein bisschen Dschungel und dann wird da irgendwo hier so der Peak sein und ab da sind sie dann irgendwo weitergegangen. Die Polizei und Freiwillige suchen die umliegenden Gebiete ab und Suchhunde versuchen, Spuren aufzunehmen. Die gehen mit Tarnkleidung. Außerdem werden Plakate aufgehängt und Flyer verteilt. Die Suche wird aber leider durch den Start der Regensaison in Panama ausgebremst. Scheiße. Insbesondere im Dschungelgebiet ist die Suche durch den Regen noch härter als ohnehin schon. Dennoch läuft ein Suchteam innerhalb der ersten Wochen nach dem Verschwinden der beiden jungen Frauen den El Pianista Trail sowie den Weg den Berg herunter zweimal ab. In den ersten Wochen laufen die den Trail zweimal ab. Ja, na, das wird schon seinen Grund haben. Das wird schon seinen Grund haben, nur das hört sich jetzt ein bisschen so Yo, die sind seit drei Wochen vermisst, ja, wir sind eh zweimal da. Ja, na, na, das, ich möchte das nicht so hinterfragen. Die haben da sicher genug Aufwand da reingesteckt und sowas, ne? Von Chris und Lisanne findet man dabei jedoch nicht die geringste Spur. Keine Abdrücke, keine Gegenstände oder Kleidungsstücke. Am 5. April befindet sich in den Akten eine Aussage eines deutschen Touristen. Markus M. gibt an, er habe laute Hilfeschrei einer Frau gehört und zwei Männer hinter einem Gebüsch sitzen sehen. Daraufhin sei er in Panik weggerannt und habe die Polizei verständigt. Die Gegend wird abgesucht, doch außer Markus' Wasserflasche, die er vor Schreck fallen gelassen hat, wird dort nichts gefunden. Auch die Familien von Lisanne und Chris haben seit dem 1. April kein Lebenszeichen mehr von ihren Töchtern bekommen. Daraufhin fliegen sie am 6. April gemeinsam mit niederländischen Ermittlern nach Panama, um die Suche vor Ort unterstützen zu können. Die Familien setzen sogar eine Belohnung von zunächst 30.000, später sogar 40.000 Dollar aus, wenn jemand beim Auffinden der beiden jungen Frauen helfen kann. Doch von Lisanne und Chris fehlt weiterhin jede Spur. Laut den Aussagen einiger Mitglieder der Suchtrupps hätte man die Gegend derart akribisch abgesucht, dass man nahezu sicher sein könne, dass Chris und Lisanne sich nicht länger im Dschungel von Boquette befänden. Jetzt ist halt die Frage, wo hat der diese Schreie gehört oder wo hat der das mitbekommen und das wäre ganz interessant. Weil vielleicht waren sie ja schon wieder am Rückweg und der war in der Nähe vom Dorf und hat das halt gehört. Glaube ich aber eher nicht. Die haben einen sehr schlechten April jetzt gemacht, glaubst du. Auch Feliciano, der Tourguide, mit dem Chris und Lisanne verabredet waren, unterstützt die Suche. In einem Interview sagt er, mit diesen Suchmaßnahmen hätten sie längst gefunden werden müssen. Meiner Meinung nach hätte es nicht länger als eine Woche gedauert, sie zu finden, wenn sie wirklich einen Unfall hatten. Trotz aller Schwierigkeiten. Sie hätten einen Unfall haben können oder hätten von wilden Tieren attackiert worden sein können, aber dann hätten wir irgendwo umher kreisende Geier gesehen und hätten sie gefunden. Oder wenigstens ein paar ihrer Sachen, was auch immer. Aber wir hätten etwas gefunden. Ich finde es verdächtig. Irgendjemand muss hier irgendetwas Ungutes im Schilde führen. Bereits am 14. April wird die offizielle Suche nach Lisanne Frohn und Chris Kremers von Seiten der Behörden ergebnislos eingestellt. Nur etwa zwei Wochen, nachdem sie zu ihrer letzten Wanderung aufgebrochen sind. Was machst du dann zwei Wochen danach und die haben alles im Umkreis abgesucht, jedes Blatt unter Anführungszeichen umgedreht und die sind da halt nicht. Ich meine, du kannst halt das Gebiet ausweiten und sowas. Das haben die sicher auch gemacht, aber halt dann, jo. Mittlerweile ist es der 12. Juni 2014. Irgendwann wird es ja auch wirklich gefährlich, auch für den Suchtrupp und sowas, weil dann bist du halt auch in Gebieten, wo es vielleicht keine Infos gibt oder sowas, wie man halt dort, also, weißt du, da ist halt dann reißerischer Fluss und sowas und dann ist halt auch die Frage, okay, wo haben halt vielleicht irgendwelche Wildtiere ihr Territorium oder sowas, wo man vielleicht, keine Ahnung, wo man sich nicht auskennt und sowas und dann wird noch irgendwer anderer verletzt und sowas. Es gibt ja öfter mal bei irgendwelchen Suchtrupps oder Rettungsaktionen andere Verletzte, die leider Gottes da eben dabei aufkommen, verletzte oder auch schlimmer. 14. Mehr als zehn Wochen sind seit dem Verschwinden von Chris Kremers und Lisanne Frohn vergangen. Am Ufer des Changinola-Flusses, nahe des kleinen Dorfes Alto Romero, findet eine Anwohnerin einen Rucksack, den sie bei dem Chef ihres Mannes abgibt. Der Chef ist ein Tourguide namens Rosé González. Es ist der Bruder von Feliciano González. Digga, es ist ein Mäus. Okay. Dieser wiederum gibt ihn an die Polizei weiter. Und tatsächlich handelt es sich um den Rucksack von Chris Kremers und Lisanne Frohn. Die Polizei geht zunächst davon aus, dass der Rucksack vom Gipfel des Wanderweges, den Chris und Lisanne bestreiten wollten, in den Fluss gefallen und dann hinunter in die Nähe von Alto Romero gespült worden sein kann. Schon, schon. Doch diese Theorie kann die Polizei bei der näheren Betrachtung des Rucksacks wieder ad acta legen. Denn die Gegenstände im Rucksack sind nahezu unbeschädigt. Und auch von außen ist der Rucksack trotz einiger Schlammspuren noch in einem guten Zustand. Und ja, und halt so, ey, maybe gibt's da irgendeine Stelle, wo der Rucksack perfekt runterrollen kann, aber, bro, so vom Gipfel oder auch nur von der Seite von dem Berg, dass er so komplett in den River fällt. Das, obwohl er sich zu diesem Zeitpunkt gut zehn Wochen lang im Dschungel befunden haben muss. Mitten in der Regenzeit wohlgemerkt. Die Finderin gibt darüber hinaus an, die Stelle einen Tag vor ihrem Fund ebenfalls passiert zu haben. Jedoch habe der Rucksack zu diesem Zeitpunkt noch nicht dort gelegen. In dem Rucksack befinden sich folgende Gegenstände. Zwei Personen drin. Etwa 88 Dollar Bargeld, Lisans Pass, eine Wasserflasche, zwei BHs, zwei Muscheln, Lisans Kamera und die Handys von Chris und Lisanne. Die Handys sollen sich in Plastiktüten befunden haben. Die technischen Gegenstände in den Rucksäcken befinden sich in einem guten Zustand. Okay, das ist fucking stars. Dass die in Plastiktüten waren? Wenn es damals geregnet hätte, als sie unterwegs waren, dann lasse ich mir einreden, okay, du gibst dann hier irgendwie die Handys rein und sowas, damit das halt nicht Ding... Aber ja, wenn das Geld auch noch drin ist, naja, okay, aber wenn die das Geld rausgenommen... Also angenommen, jemand hätte den Rucksack da reingeschmissen. Luftfeuchte. Ist das normal? Okay, okay. Ey, ihr seid smart als ich. Das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn. Okay. What a crazy, dass die Luftfeuchte so krass ist, dass du... dass du standardmäßig dein Handy in einer Plastikbag drin hast. Jo, okay. Auch das spricht gegen die Annahme, der Rucksack könnte den Fluss hinuntergetrieben sein. Smart wie ein kleines Auto, ja. Außerdem könnte dies sogar ein Indiz dafür sein, dass der Rucksack an einem wirklich trockenen Ort, zum Beispiel in einem Gebäude oder zumindest unter einem Dach aufbewahrt worden sein könnte. Ja, andererseits, wenn sie jemand entführt hätte und den Rucksack da reingeschmissen hätte, dann hätte er wahrscheinlich die Handys mitgenommen, oder? Oder zumindest irgendwie kaputt gemacht, sodass man da nicht mehr ausführlich machen kann, yo, das und das Foto ist da noch drauf oder da waren sie noch zu Google Maps connected und deswegen, äh, weiß nicht, dass man quasi das so nachverfolgen kann, wann sie wo waren. Sondern der hätte wahrscheinlich einfach das Handy irgendwo vergraben oder so. Denn in den vorigen Wochen hat es in der Gegend sehr stark geregnet. Einzig Chris' iPhone 4 hat einen Wasserschaden, der später aber behoben werden kann. Ja, mein Bruder. Sodass alle Daten gesichert werden können. Genaueres dazu erzähle ich gleich im nächsten Kapitel. Der Rucksack wird natürlich akribisch auf Spuren untersucht. Und tatsächlich können 13 DNA-Spuren sichergestellt werden. Diese gehören jedoch nicht zu Chris und Lisanne, sondern zu mindestens zwei anderen verschiedenen Frauen und einem Mann. In der DNA-Datenbank ist ein Abgleich erfolglos. Man vermutet, dass die Witterungsbedingungen die Spuren von Chris und Lisanne vom Rucksack verwischt haben könnten. Die nicht identifizierten DNA-Spuren könnten eventuell von der Finderin und den Ermittlern stammen. Näheres zu den DNA-Spuren ist leider nicht bekannt. Neben den DNA-Spuren findet man 34 verschiedene Fingerabdrücke und Teilabdrücke auf dem Rucksack, 13 auf der Rucksackoberfläche, 12 auf den Handys und der Kamera und sechs unterschiedliche Teilabdrücke befinden sich auf den BHs. Die Teilabdrücke lassen sich nicht mehr rekonstruieren. Auch an dieser Stelle ist unklar, ob und wie viele Fingerabdrücke auf das Ermittlerteam zurückzuführen sein könnten. Denn es sei noch einmal daran erinnert, dass sich dieser Fall in Panama abspielt und sich die Bedingungen der Spurensicherung dort massiv von unseren unterscheiden. So sollen die Ermittler beispielsweise kaum Handschuhe getragen haben, was die hohe Anzahl der verschiedenen Fingerabdrücke wieder in ein anderes Licht drückt. Der Fund des Rucksacks bringt nun also nicht wie erhofft Klarheit, sondern noch viele neue Fragen mit sich. In einem Interview mit einem niederländischen Fernsehsender sagt ein lokaler Tourguide, Der Fluss, an dem ihre Habseligkeiten gefunden wurden, ist von hier, dem Gipfel des Mirador, ungefähr zwei Tage entfernt. Wenn man den Weg kennt, wenn nicht, dann ich weiß nicht, was passiert sein könnte. Es ist ein etwas schwieriges Gebiet, um zu laufen. Okay, es ist eine 8 Kilometer Strecke gelaufen. 8 Kilometer Strecke. Sind dann weitergegangen bis zu einem Fluss, der zwei Tage entfernt war, wenn man die Strecke kennt. Oder, sorry, oder sie waren da bei dem Gipfel und sowas und der Rucksack ist auf einmal runtergeflogen und ist zwei Tage am Stück runtergekullert in den Fluss hinein. Das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch sein. Ich meine, vielleicht, schau, vielleicht sind die auch gegangen und haben sich verlaufen. So, sie haben sich verlaufen, sie sind weitergegangen, weil sie haben sich gedacht, naja, okay, das war jetzt keine krasse Experience und wir haben sowieso das mit der Schule, da haben wir ja sowieso jetzt nichts vorgetragen oder sowas. Das heißt, wir haben jetzt extra Zeit. Dann gehen wir halt noch ein Stückchen weiter. Wir sehen ja den Trail von dem Berg immer noch und sowas. Und dann irgendwann sind sie weiter und weiter und weiter und wollten dann umdrehen und haben nicht mehr genau gewusst, wohin. Und dann sind sie irgendwo untergekommen und dann war vielleicht Nacht und sie mussten irgendwo übernachten. Dann sind sie aufgewacht, waren noch orientierungsloser und waren sich nicht mehr sicher und sind dann gegangen, 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 waren bei dem Fluss. Und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass sie gesagt haben, ja, okay, scheiß doch, wir brauchen ja den Rucksack eh nicht mehr oder unsere Handys brauchen wir eh nicht mehr. Die werfen wir einfach weg, weil es halt nur unnötiger Ballast ist, den wir mitnehmen. Oder sie sind halt wirklich auf irgendwen gestoßen. Einer hat vorhin reingeschrieben, so, ich glaube, sie sind auf ein Drogenlabor gestoßen. Keine Ahnung, keine Ahnung. Man kann die Daten vom Handy tracken, wo es war. Ja, wahrscheinlich nicht so weit, weil irgendwo willst du ja dann auch den Empfang verlieren. Also in der Nähe vom Dorf haben die ja dann safe noch Empfang. Genau, Keiser hat den Fall gelöst. In der Nähe vom Dorf haben die safe noch Empfang und deswegen hat man auch gesehen, dass sie noch auf Google Maps zugegriffen haben, weil die müssen sich ja auch orientieren. Oder die haben vielleicht geschaut, ey, bin ich eh am richtigen Weg oder so. Hätten die nicht mit dem Handy Hilfe rufen können? Naja, da waren sie sicher schon zu weit weg. Ich glaube, also ich denke, der Weg vom, der normale Weg bis zum Gipfel war in Ordnung und war kein Problem und dann aus irgendeinem Grund sind sie weitergegangen. Aber beim Gipfel wirst du wahrscheinlich eh schon keinen Empfang mehr haben, weil er halt acht Kilometer weit weg vom nächsten Masten ist. Ich weiß nicht, wie weit das geht. Viel Schlamm auf dem man... Vergisst den angeblichen Hund nicht. Naja, vielleicht hat sich der auch nicht ausgekannt und hat sich gedacht, naja, die gehen da jetzt weiter. Keine Ahnung, ich gehe wieder zurück. Ja, oder? Der hat Angst bekommen. Ausrutschen könnte viele Gräben und Flüsse. In diesem Gelände könnte alles Mögliche passieren. Wie kann der Rucksack sich nach mehreren Wochen im regnerischen Dschungel in solch einem guten Zustand befinden? Weshalb taucht er von einem auf den anderen Tag am Ufer des Shanguinola auf? Und weshalb sind alle Gegenstände im Rucksack, abgesehen von kleineren Wasserschäden, in solch einem guten Zustand? Nicht einmal die Sonnenbrillen sind zerbrochen und die Displays der technischen Geräte sind nicht beschädigt. Wie bereits erwähnt, können die Daten auf den Handys und auf der Kamera wiederhergestellt werden. Wobei ich halt schon auch glaube, ich meine, vielleicht ist es einfach nur naiv, aber könnte es nicht trotzdem sein, dass wenn du dein Rucksack, wenn du dein Handy in einem Plastikbag gemeinsam mit weichen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Behasen, sowas halt da in dem Rucksack drinnen hast, oder so Plastik, Plastik-Sonnenbrillen, und das ist in dem Rucksack drinnen und das schwimmt dann so im Wasser, ja okay, hin und wieder mal wird das so ein bisschen so antippschen und sowas, dass sie dann trotzdem heil bleiben. Ich bin naiv. Und diese lassen Schreckliches vermuten. Was? Das sind, warte, 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 was? Wie bereits erwähnt, können die Daten auf den Handys und auf der Kamera wiederhergestellt werden. Und diese... Oh mein fucking Gott. Okay, das ist... Das ist creepy. Lass den Schreck... Junge, wovon wurde hier ein Foto gemacht? Ich das vermute. Oh, Alter, das scheißt dich an. Halt die Tür zu. Bist irgendwo in Panama und machst... Vielleicht haben die auch kein Licht mehr gehabt und haben deswegen mit Blitz fotografiert. Ach du Scheiße. Mit der Untersuchung der Handys von Chris und Lisanne wird klar, die beiden müssen versucht haben, Hilfe zu holen. Insekten suchen auf Haaren wahrscheinlich. Ey, ich hoffe, das war das. Für auch immer. Schon am 1. April, also dem Tag der Wanderung, wird über das iPhone 4 um 16.39.112 angerufen. Ihr habt richtig ge... Warte mal, um wie viel? 16.39. Okay, die waren um... um... 12.30 Uhr ungefähr waren die schon auf dem Trail. Der Taxifahrer oder wer auch immer hat gesagt, er hat sie um 14.30 Uhr dort abgesetzt. Das war ja schon viel früher. Und um 15.00 Uhr irgendwas müssten die schon wieder zurück sein. 15.30 Uhr sowas müssten die wieder zurück sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen, okay. 4.00 Uhr um 16.39.112 angerufen. Ihr habt richtig gehört. Die 112. Das ist auch in den Niederlanden. Der Heimat von Lisanne und Chris, die Notrufnummer. Nicht aber in Panama. Die Nummer funktioniert aber auch dort. Wählt man sie an, wird man zum panamaischen Notdienst weitergeleitet. Vorausgesetzt, man kommt durch. Doch das Signal im Dschungel scheint nicht gut genug zu sein. Denn die Verbindung kann nicht hergestellt werden. Dennoch wird 12 Minuten später, um 16.51 Uhr, auch über das Samsung Galaxy, die 112 angewählt. Auch dieser Anruf kommt nicht durch. Etwa drei Stunden vor diesen beiden Anrufen wurde mit Lisanns Kamera das letzte Foto des Ausflugs aufgenommen. Mhm, 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 mhm. Und, okay, ist halt die Frage, ist jetzt dieser Bach ein Teil von dem Weg oder ist es wirklich irgendwo im Nirgendwo? Die Frage ist halt, wenn sie entführt worden wären, hier so, jemand hat geschrien, weil da Männer im Busch gewartet haben, dann hat sie dann wirklich Zeit, so über eine Viertelstunde solche Calls zu tätigen von beiden Handys? Innerhalb dieser drei Stunden muss also irgendetwas passiert sein. Und es wird nicht bei diesen beiden Notrufen bleiben. Doch zunächst werden beide Telefone etwa eine Stunde nach den 112-Anrufen ausgeschaltet. Was könnte Chris und Lisann dazu verleitet haben, jeweils den Notruf zu wählen? Okay, Handy ausschalten ist smart wegen Akkusparung. Und warum folgen auf diese beiden Versuche zunächst keine weiteren? Wenn man wirklich dringend Hilfe brauchen würde, sagen wir, weil eine der beiden sich schwer verletzt oder die beiden sich so verirrt hätten, dass sie den Weg zurück nicht mehr finden würden, würde man dann nicht immer und immer wieder versuchen, eine Verbindung herzustellen? Ich würde das aber auch so machen. Ich glaube, das war schon richtig so. Du rufst an und du hast absolut gar kein Netz. Dann sagst du, ja, okay, hast du vielleicht ein Netz? Probier es von deinem Handy. Nee, aber auch absolut gar kein Netz. Deswegen einfach abschalten, erst mal Akku sparen. Vielleicht gehen wir irgendwo weiter. Das ist wahrscheinlich passiert. Dann sind die irgendwo weitergegangen, haben gesucht nach irgendeiner offenen Stelle oder sowas. Da gab es damals mal, in der Volksschule tatsächlich auf einem Camp. Talia spendet drei Euro auf entspannten Johannes. Hey Talia, Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die drei Euro. Ganz kurz. Und ich war da auf so einem Camp und da gab es so, da hatten wir so Zelte, lauter so Zelte. Und mir ist es richtig dreckig gegangen. Und ich wollte, dass meine Eltern mich abholen. Da war ich halt, wie alt ist man in der Volksschule? Also in der Grundschule quasi, weiß ich nicht, acht Jahre alt oder so. Und ich wollte meine Eltern anrufen, aber ich konnte nicht. Und der einzige Weg, wie ich sie anrufen konnte, wegen Empfang, war die sogenannte Handywiese. So haben wir das genannt. Und die Handywiese, das war so ein Weg von zehn Minuten, wenn überhaupt. Und da bist du halt so durch den Wald gegangen, so den Berg rauf. Und oben war so eine Wiese und da hattest du Empfang. Und dann bin ich auf die Handywiese gegangen, hab da angerufen und bin wieder runtergegangen und hab dann auf meine Eltern gewartet. und vielleicht haben die da auch nach quasi irgendeiner Aussichtsplattform oder wie auch immer einfach nach einem freien Umfeld gesucht, weil sie desorientiert waren und wollten vielleicht einfach in irgendeine Richtung und halt eben hoffen, dass sie da richtig sind. Weil in Wirklichkeit ist es ja so, wenn du im Dschungel bist, dann ist ja ein Pfad relativ, also gerade für dich, aber der ist halt dann in Wahrheit so ein bisschen schief und dann gehst du halt eine Stunde und dann geht er mal so, mal so, mal so, mal so, mal so, mal so und dann weißt du im Endeffekt nicht mehr, in welche Richtung gehöre ich wirklich und dann gehst du da so, wie du es denkst, aber das ist halt, naja, nee, nee. Hey Kaiser, schau dir mal bei YouTube Joseph the Changeman an. Die Experimente sind bestimmt ganz spannend als Reaction. Hey, schauen wir dann später mal rein. Dankeschön. Am Morgen des 2. April schalten Lisanne und Chris ihre Telefone immer wieder ein und versuchen in den ersten Stunden des Tages insgesamt viermal den Notruf anzuwählen. Nie kann eine Verbindung hergestellt werden. Danke, Kaiser. Auch am Morgen des 3. April wird über das Handy von Chris versucht, den Notruf anzurufen. Diesmal allerdings die 911. Zu diesem Zeitpunkt ist der Akku von Lisanns Samsung-Handy beinahe leer. Dennoch war es die ganze Nacht übereingeschaltet. Wahrscheinlich vergessen, oder? Nach dem 3. April unternehmen Chris und Lisanne keinen Anrufversuch mehr. Und das, obwohl der Akku von Chris' Handy zu diesem Zeitpunkt noch zu 40% geladen ist. Immer wieder wird im Laufe der... Crazy, dass man das so exakt nachverfolgen kann. Yves, Sie, Dankeschön. ...nächsten Tage das Telefon an und wieder ausgeschaltet. In dieser Übersicht ist zu sehen, dass das iPhone von Chris zwischen dem 4. und dem 6. April zweimal täglich um beinahe dieselbe Uhrzeit gecheckt wird. Okay, das ist crazy. 1. April war der erste Versuch. 2. April in der Früh nochmal. 3. April in der Früh nochmal. Und dann nur ein Checken. Und dann 4. April nochmal. Ja, nochmal, nochmal. Aber wirklich fast die gleiche Uhrzeit. 10.16, 10.50, 10.26, 13.42, 13.37, 13.37. Und dann halt no PIN. Am 5. April haben sie das Handy nicht mehr entsperrt. Sie haben einfach nur quasi so getippt, oder? Einfach nur nachgeschaut. Dass so etwas zweimal passiert, könnte ein Zufall sein. Aber gleich jeweils zweimal. Das geht? Ein paar Prozent Akku kannst du sicher wieder rausholen, wenn du es über die Sonne laden lässt. Einfach in die Sonne legen, oder was? Ich hatte damals ein Handy, noch so ein Schiebehandy. Und das war auch, also im Nachhinein wahrscheinlich war das einfach nur ein Anzeigenfehler. Aber ich hatte manchmal keinen, also null Prozent Akku und dann habe ich es einfach ausgeschaltet, obviously, und habe dann ein paar Stunden gewartet und dann wieder angeschaltet und dann hatte ich so drei Prozent oder so. Bruder. Drei verschiedenen Tagen? Mit einer Solar-Powerbank. Ey, schwöre mir Gott, ich hätte das abgekauft, wenn du sagst, jo, die Wärme in dem Handy, die kann da nochmal so zwei Prozent rausholen oder so. Und weshalb wird nach dem dritten April nicht noch einmal versucht, den Notruf anzuwählen? Eventuell könnt ihr die geringe Anzahl der... Jetzt tut es nicht so, ich wäre echt blöd, Alter. Wenn ich dir das sagen würde, dann würde es das auch glauben. Versuche dafür sprechen, dass Chris und Lisanne sich nur in einem sehr kleinen Radius bewegen konnten. Vielleicht hätten sie also direkt erkennen können, dass weitere Anrufversuche aufgrund des geringen Signals nur wenig Erfolgsaussichten haben und darum nur jeweils am zweiten und dritten April morgens Versuche getätigt, ehe sie daraufhin nur hin und wieder das Signal gecheckt hätten, um Akku zu sparen. Andererseits stellt sich die Frage, weshalb sie nicht versucht haben, eine SMS an ihre Familien oder ihre Gastmutter abzuschicken. Ein SMS wäre automatisch versendet worden, sobald sie einige Sekunden lang Empfang gehabt hätten. Doch weder in ihrem SMS-Ausgang noch in ihren Handynotiznamen Chris und Lisanne einen Text hinterlassen. Ein weiteres nennenswertes Detail hinsichtlich der Handys trägt sich am 5. April zu. Am Morgen dieses Tages, dem 5. für Chris und Lisanne im Dschungel, wird Chris' PIN-Code zum letzten Mal korrekt in ihr iPhone eingegeben. Es wird noch weitere Tage danach immer wieder angeschaltet. Doch ihr PIN-Code wird entweder gar nicht oder falsch eingegeben. Wenn man ein Handy einschaltet, kann man auch ohne einen PIN-Code einzugeben sehen, wie viel Empfang man gerade hat und wie hoch der Akkustand noch ist. Auch das könnte also zum weiteren Einsparen des Akkus dienen. Es könnte aber auch bedeuten, dass eine andere Person als Chris versucht hat, ihr Handy zu benutzen. Ja, oder du bist dann wirklich, okay, oder du bist dann wirklich so im Delirium und so. Ich habe mir, weil ich habe mir tatsächlich, also ernst gemeint, ich habe mir damals immer angeschaut, Wanda heißt diese Serie, oder gibt es das auf YouTube? Wanda Survival oder so. Genau, das ist sehr interessant. Da gibt es immer wieder so echte Episodes, also echte Nachstellungen von Sachen, die passiert sind. Zum Beispiel hier Surviving for months stranded in the Atlantic Ocean. Der Typ ist auf irgendeinem Rettungsboot, also auf so einem aufblasbaren Rettungsboot, ist der monatelang irgendwo im Atlantischen Ocean geschwommen und hat einfach überlebt oder irgendwelche Leute, die waren Bergsteigen und sind dann runtergefallen und dann sind die irgendwie wieder, so hat das ausgeschaut von dem Typen da. Und das ist ganz schön spannend, weil alles, was immer passiert, ist, wenn du mehrere Tage lang dehydrierst und im Dschungel ist ja auch mega, mega heiß, also du kriegst wahrscheinlich auch Wasser, weil es hat ja geregnet und vielleicht gibt es auch hier und da mal irgendwelche Stellen, wo halt Wasser drinnen ist oder sowas, aber du bist dann im Delirium und vielleicht kannst du dich auch einfach nicht mehr daran erinnern, dass, also was dein korrekter Code ist, das ist halt das Ding. Und dann hast du dir gedacht, ja, ich gebe den Code ein, keine Ahnung, er funktioniert nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, du bist ja auch mit den Gedanken komplett woanders. Wer Chris es entweder verloren hatte oder nicht mehr am Leben war. Es könnte also entweder Chris selbst gewesen sein, die Akku sparen wollte, Lisanne, weil Chris nicht mehr ansprechbar war, in dem Versuch irgendwie Kontakt zur Außenwelt herzustellen oder eine dritte Person, die das Handy an sich genommen hatte. Gegen 9 Uhr... Was Panik einfach falsch eingeben, ja, aber so, also nach ein paar Tagen bist dann auch nicht mehr so in Panik, denke ich, sondern da bist du dann nur noch... Ich weiß es nicht, ich bin der Gedanken komplett woanders... Morgens am 11. April, zehn Tage nach der Wanderung der beiden Touristinnen, wird Chris' iPhone zum letzten Mal eingeschaltet. Es wird kein Anrufversuch unternommen und der PIN-Code wird nicht eingegeben. Das Handy bleibt etwa eine Stunde eingeschaltet und wird dann wieder abgeschaltet. Zum letzten Mal. Danach wird das Handy nicht noch einmal eingeschaltet. Okay, aber das ist schon... Das war hier der... Warte mal, sieht man das da unten? Nee. Ja, wurscht, aber das ist hier... Warte mal, wenn das der zehnte ist, das sind die Tage, oder? Nein, für uns... Zehnter, neunter, achter... Siebter, sechster... Ja, genau, fünfter. Oder war am sechsten auch noch mal was? Ich weiß nicht mehr, aber das sind dann noch mal ein paar Tage und dann ist es noch mal eingeschaltet worden. Also, am Anfang macht das Sinn, die versuchen, den Notruf zu tätigen, dann immer mehr und dann sind sie noch connected zum Netz und dann immer weniger und weniger und weniger und dann vergessen sie auf einmal die PIN-Codes, dann ist gar nichts mehr und dann wird noch mal das Handy eingeschaltet. Das ist halt so weird. Okay, jetzt wird's crazy, oder? Ähnlich viel Stoff wie Theorien und Ermittlungsansätze bietet die Digitalkamera von Lisanne, die ebenfalls im Rucksack gefunden wird. Denn darauf befinden sich insgesamt 133 Aufnahmen der Panama-Reise. Unter anderem auch von der Wanderung auf dem El Pianista-Trail, während der Lisanne und Chris verschwunden sind. Um die Sicherung der Daten genauer zu erklären. Auf einer Digitalkamera werden neben den Fotos selbst auch Metadaten wie die Uhrzeit der Aufnahme gespeichert. Außerdem werden die Bilder numerisch sortiert. Das heißt, das erste auf der Kamera gespeicherte Bild ist Bild Nummer 1, das zweite Bild 2 und so weiter. Auf den Bildern vom 1. April, dem Tag, an dem die Wanderung startete, wirkten die beiden Frauen sehr ausgelassen. Ein um 11.18 Uhr aufgenommenes Bild zeigt Chris auf einer Brücke Okay, ganz kurz. Toast. Trockener Toast mit Bommes. Gell. Aber die Fanta oder die, sorry, die Kist. Kist? Aber das ist doch Fanta, oder? Das ist safe Fanta, nur irgendwie anders benannt oder so. Tja, so wie Aldi in Österreich Hofer ist gelassen. Ein um 11.18 Uhr aufgenommenes Bild zeigt Chris auf einer Brücke. Sehr was für Rappetost. Danach gibt es mehrere Landschaftsaufnahmen, Fotos von Lisanne vor dem Mirador, sowie ein gemeinsames Selfie. Der Weg der beiden Niederländerin, den El Pianister Trail hinauf, ist somit ziemlich gut dokumentiert. Die Bilder 496 bis 498 zeigen Chris und Lisanne um 13.01 Uhr am Gipfel des El Mirador, dem Aussichtspunkt des Wanderweges. Tatsächlich sind die beiden dort also angekommen und sehen weiterhin sehr fröhlich aus. Beide lachen in die Kamera. Bis 13.15 Uhr folgen einige weitere Fotos der beiden, aufgenommen sowohl mit der Digitalkamera als auch mit den Handys. Sie zeigen sowohl Chris und Lisanne selbst als auch die Umgebung. Auf Basis dessen, was auf den Fotos zu sehen ist, geht man davon aus, dass alle Fotos bis 13.15 Uhr auf dem Gipfel des Mirador aufgenommen wurden. Um 13.20 Uhr wird dann mit der Digitalkamera wieder ein Foto von einem Teil des Wanderweges gemacht. Lisanne und Chris haben also etwa eine Viertelstunde auf dem Gipfel des Mirador verweilt und sind dann den Rückweg angetreten. Erwähnenswert ist, dass auf keinem der Fotos der Hund Azul zu sehen ist. Ja, for real! Azul, was geht ab? Den die beiden Frauen laut der Aussage des Restaurantbesitzers mitgenommen haben sollen. Okay, aber es könnte auch sein, free my man Azul, es könnte auch sein, dass der zwar immer mitgegangen ist mit den Leuten, aber öfter mal, ja genau, der Hund hat die Fotos gemacht, aber auch öfter mal einfach nur so in die Richtung mitgegangen ist und dann hat er halt dort gechillt oder so. Dann hat er dort einfach so gechillt, hat so ein bisschen, weißt du, bei einem Drittel vom Wanderweg oder sowas, da hat er so sein Favourite Spot und da hat er gechillt und die haben halt nicht gewusst, naja, soll man den jetzt mittragen oder nicht, naja, wir lassen ihn halt da und fertig aus. Der arme Azul, Azul ist gut auf, Azul ist noch am Start und sowas, der, Chris und Lisanne sowohl sich selbst gegenseitig als auch gemeinsam Fotografen. Aber man macht doch Fotos vom Hund, naja, die sind ja auf der Reise hin, haben sie jetzt keine Fotos gemacht, oder? Oder hier nur so ein, zwei, meine Güte. Ja, ich hätte auch Fotos vom Hund gemacht, aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist sehr auffällig, dass nicht auch der Hund abgelichtet wurde. Jas Blue, nimm das zurück. sollte er dabei gewesen sein. Das letzte Bild des 1. April ist das Bild mit der Nummer 508, das um 13.54 aufgenommen wurde. Okay, aber okay, ja, ja, okay. Es wird erst Tage später mit dem Bild 510 weitergehen. Doch das Bild 509 fehlt. Es wurde von der Kamera gelöscht. Die Ermittler versuchen das Bild wieder herzustellen, doch ohne Erfolg. Es befinden sich also keinerlei Metadaten des Bildes mehr auf der Speicherkarte der Kamera. Die niederländischen Behörden gehen deshalb davon aus, dass dieses Bild nicht nur händisch von der Kamera, sondern vielmehr über einen Computer gelöscht wurde. Sie stellen die These auf, die Kamera müsse an einen Computer angeschlossen worden sein, über den das Bild dann gelöscht wurde. Das würde bedeuten, jemand müsste die Kamera an sich genommen und an einen Ort gebracht haben, an dem es einen Computer gibt, über diesen das Bild gelöscht und dann die Kamera zurück in den Rucksack von Lisanne und Chris getan haben. Aber ich meine, das ist, aber warum überhaupt? Weil du quasi normal gelöschte Bilder wieder herstellen könntest? Es könnte sein. Ich habe das, okay, ich habe das immer bei meiner Kamera, wenn ich da ein Video davon lösche, dann habe ich immer noch so eine andere Datei auf der Kamera von diesem Video und das lösche ich dann immer auf meinem PC. Dann hätten sie die anderen komischen Bilder auch gelöscht. Das habe ich mir nicht auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Oder das ist halt wirklich von denen aufgenommen worden. Nee, Blödsinn. Okay, Blödsinn. 508 war das letzte Bild, was halt ganz normal war. 509 wurde gelöscht und die anderen Bilder sind dann halt einfach weirde in der Nacht entstandene Bilder. I don't know, ich weiß nicht. Nach dem gelöschten Foto beziehungsweise nach dem Foto 508 am 1. April wird eine Zeit lang zunächst nicht mit der Kamera fotografiert. Erst am 8. April geht es mit den Aufnahmen weiter und sie sind deutlich rätselhafter als zuvor. Eine Woche nach dem vorerst letzten Foto auf der Digitalkamera gibt es 100 Fotos mit den Nummern 510 bis 609 aufgenommen in der Nacht und mit Blitz. Die Fotos von Nummer 510 bis 594 werden zwischen 1.29 Uhr und 1.58 Uhr lokaler Zeit aufgenommen. Boah, das ist so krass. Teilweise liegen zwischen ihnen laut den Metadaten nur wenige Sekunden. Besonders sticht das Foto 550 heraus. Es zeigt einen Zweig, an dessen Enden rote Plastiktüten geknotet wurden. Auf einem anderen Foto meinen einige ein SOS-Zeichen erkennen zu können. Was? Oh. Ach so, was sie quasi auf dem Boden gemacht haben, damit weiß ein Hubschrauber kommt. Boah, ich dachte gerade, da steht jemand. Junge. Das hier könnte sein, weil sie sich selber Markierungen gesetzt haben. Yo, die sind jetzt schon eine Woche unterwegs und die haben sich gedacht, okay, irgendwas müssen wir machen, deswegen hier eine Markierung, wo wir waren. Also ich denke, ich denke, das Schlimmste dran ist ja, du kannst ja, du kannst glaube ich drei Tage ohne Wasser überleben. Kommt natürlich auch darauf an, wo du bist. Also wenn du jetzt irgendwo im Dschungel bist oder sowas, dann wird das wahrscheinlich wesentlich schneller sein, dass du halt wieder Wasser brauchst, weil es ist fucking heiß. so, aber dadurch, dass sie da an verschiedenen Bächen und sowas halt, Bächen, ist das die, an verschiedenen, an einem Bach und auch mehreren vorbeigegangen sind, werden sie glaube ich Wasser gefunden haben. Gehe ich jetzt mal davon aus. Vielleicht ist auch die Luftfeuchtigkeit, so Bachi, so blöd sich das an, vielleicht ist die Luftfeuchtigkeit, wenn du das die ganze Zeit einatmest, nimmt dir der Körper generell auch ein bisschen Feuchtigkeit auf. Vielleicht bringt das auch was. was, aber ich glaube, dass Wasser nicht so das größte Problem gewesen sein sollte. Essen natürlich schon, aber ich glaube auch, dass du Essen eher benötigst in kälteren Gebieten und wenn du irgendwo bist, wo du generell Hitze und sowas halt hast, dann hat der Körper nicht wirklich, er braucht nicht viel Energie, um sich selber zu erwärmen. Er braucht nur Energie, um quasi sich selber fortzubewegen. Aber sie haben ja auch gesagt, sie waren in keinem großen Radius, deswegen, vielleicht sind sie auch nicht wirklich viel herumgegangen oder so. Deswegen haben sie auch länger überlebt. Ich meine, ohne Essen zu überleben, kannst du wirklich lange, kannst du echt lange und vielleicht hatten sie auch noch was dabei im Rucksack, vielleicht hatten sie noch hier einen Schokoriegel dabei oder sowas und den haben sie am Tag zwei oder drei gegessen und das haben sie halt dann irgendwo weggeworfen und darum hat man es halt nicht mehr gefunden. Dass aus kleinen Kartenschnipseln auf einen Stein gelegt worden sein könnte. Eines der bekanntesten Fotos ist das Bild 580. Aufgenommen, 1.49 Uhr. Es zeigt mutmaßlich den Hinterkopf von Chris. Einige meinen, Blut an Chris' Kopf erkennen zu können. Was die Theorie nähren würde, Chris hätte einen Unfall gehabt. Nee, wo? Da unten oder was? Das ist nur, das ist nur Licht. Das ist nur das Licht. Und Lisanne hätte daraufhin erfolglos versucht, Chris' Handy zu entsperren, um Hilfe zu holen. Andere wiederum meinen, Chris sei auf diesem Foto nicht von hinten, sondern von vorne zu sehen und ihre Haare würden lediglich über ihrem Gesicht hängen. Am unteren rechten Rand sei ihr rot-weißes Trägertop zu erkennen. Es ist nicht klar zu erkennen, ob es wirklich Chris ist, die auf dem Foto zu sehen ist und in welchem Zustand sie bei der Aufnahme ist. Es fällt jedoch auf, dass das Haar auf dem Foto sehr sauber aussieht. Wenn das Foto wirklich Chris zeigt, müsste sie zu diesem Zeitpunkt immerhin eine Woche im Dschungel verbracht haben. Doch das Haar wirkt beinahe, als sei es gerade frisch gewaschen worden. Das könnte darauf hindeuten, dass die beiden sich in einem geschützten Raum, etwa in einer Höhle, aufgehalten haben könnten. Doch diese Möglichkeit wurde von den Behörden leider nicht weiter verfolgt. Auch zwischen den... Also wenn es wäre anderer gewesen wäre als Chris, dann wäre auch dieses Foto, sollte es, sollte eine externe Person da involviert sein, wäre auch dieses Foto, denke ich, gelöscht worden. Weil das ist schon sehr auffällig. Also wenn du jetzt irgendwie die, da der Entführer bist oder sonst was und dann sind deine Haare da einfach abfotografiert worden, dann würde ich das auch löschen. Die Fotos 595 bis 608 liegen teilweise nur wenige Minuten. Ehe um 4.10 mit 609 das letzte Foto mit der Digitalkamera aufgenommen wird. Beinahe 40 Minuten nach Foto 607. Okay, die Fotos sind safe aufgenommen worden, weil sie nichts gesehen haben. Deswegen ja auch mit Blitz. Deswegen auch mit Blitz. Und um 4.10, da wird es dann schon langsam wieder heller. Ich weiß nicht, wie das in Panama ist, aber da wird ja auch die Sonne irgendwann mal aufgehen, schätze ich mal. Und da wird es dann schon langsam wieder heller, auch wenn nur erstmal der Himmel etwas heller ist. Du musst ja versuchen, so viel Akku zu sparen wie möglich, bei allen Geräten. Und da werden sie dann gesagt haben, ja okay, jetzt brauchen wir die Kamera nicht mehr. Die Fotos sind alle so dunkel, dass man kaum etwas auf ihnen erkennen kann. Boah, Bruder. Die weißen Punkte auf ihnen könnten Regentropfen sein, die vom Blitzlicht der Kamera reflektiert werden. Doch was faszinierend ist, auf keinem dieser Fotos sind eindeutig Chris oder Lisanne zu sehen. Ja, weil das ja nicht wichtig ist. Warum haben sich Chris und Lisanne oder eine der beiden dazu entschieden, diese Fotos aufzunehmen? Auffällig ist, dass viele Bilder mit Blitz in der stockdunklen Nacht aufgenommen wurden. Vielleicht wäre es möglich, dass Chris und Lisanne den Blitz als eine Art Taschenlampe benutzt haben, um ihre Umgebung wenigstens für den Bruchteil einer Sekunde erkennen zu können. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die beiden versuchten, auf sich aufmerksam zu machen und deshalb mit Blitzlicht in den Himmel fotografiert. Trotzdem bleibt dann aber noch die Frage, weshalb sieben Tage lang überhaupt keine Bilder entstanden sind und warum die Serie der Nachtfotos so abrupt aufhört, wie sie begonnen hat. Denn auf der Speicherkarte wäre Platz für weitere Bilder gewesen. Kann man da auch den Akku nachschauen? Vielleicht hatten sie kein Akku mehr. Die Funde, okay. Okay. Am 18. Juni findet Feliciano González gemeinsam mit Mitgliedern des Stammes der Engobi hinter einem Baum etwas. Wir erinnern uns, Feliciano ist der Mann, mit dem Chris und Lisanne am 2. April für die Besichtigung der Kaffeeplantage verabredet waren. Er findet einen Schuh. In diesem Schuh steckt ein abgetrennter Fuß. Daneben liegt ein Beckenknochen, der fast in zwei Hälften zerbrochen ist. Der Fuß stammt von Lisanne Froh, der Beckenknochen von Chris Kremers. Es ist nun also traurige Gewissheit. Die beiden jungen Niederländerinnen haben die Wanderung am El Pianista Trail nicht überlebt. Okay. Der abgetrennte Fuß von Lisanne wird forensisch untersucht. Laut den Ermittlern sei der Bruch auffällig sauber. Gleichzeitig gibt es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass jemand den Fuß abgeschnitten oder abgehackt haben könnte. Auch gibt es keine Spuren von Tierzehen oder Krallen. Okay, man sieht hier eh nichts drauf. Ich werde trotzdem der Vorsicht... Na, man sieht hier überhaupt nichts drauf. Äh, überhaupt nichts. Aber trotzdem, ich hab hier... Bruder. Woher wissen sie das? Ja, DNA. Aber wie? Raubtiere? Raubtiere wären machbar. In verschiedenen Quellen ließ man immer wieder, ihr Mittelfußknochen sei mehrfach gebrochen. So, als sei sie aus einer gewissen Höhe abgesprungen, wäre falsch aufgekommen und hätte sich daraufhin den Bruch zugezogen. Ja, aber du verließ ja nicht den Fuß, oder? Eine weitere Möglichkeit wäre, dass etwas sehr Schweres auf den Knochen gefallen oder draufgeschlagen wurde. Doch als Journalisten 2022 für einen Podcast den Autopsiebericht noch einmal auswerten lassen, ist darin nichts von einem Bruch des Fußes zu lesen. Eventuell ist diese Information also nicht richtig und wurde einfach unbegründet immer wieder rezipiert. Am 22. Juni 2014 wird ein weiterer Fund gemeldet. Etwa zwei bis drei Kilometer vom Fundort des Rucksacks entfernt werden die G- Okay, 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 okay. Wien-Shorts von Chris gefunden. Zu dem Auffinden gibt es mehrere widersprüchliche Angaben. In einigen Berichten heißt es, die Hose habe fein säuberlich gefaltet auf einem Felsen neben einem Fluss gelegt. Der Finder der Hose selbst soll angegeben haben, die Hose im Fluss treibend gefunden zu haben. In der Ermittlungsakte wiederum heißt es, die Hose sei auf einem Zweig gefunden worden, der über dem Fluss hing. Welche Version davon stimmt, weiß man leider nicht. Wie geht das? Irgendwer muss zur Polizei gegangen sein und muss gesagt haben, yo, by the way, ich habe diese Hose gefunden. Ah, wo? Ort XY. Hä? Einen weiteren Fund gibt es am 3. August am Ufer des Flusses. Man findet... Ich lasse mir ja einreden, wenn du sagst, naja, okay, wo habe ich die Hose gefunden? Ah, auf einem Zweig oder auf dem Boden, weil die ist gerade vom Zweig runtergefallen oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber so, yo, auf einem Zweig oder mitten im Fluss. Und ich habe sie dann rausgefischt und habe sie zusammengefallen. Das ist schon ein Unterschied. Schon ein Unterschied. Schädelzeit. Okay, warte mal ganz kurz. Okay. Chris Kremers Rippe. Chris Kremers Jeans. Warum wurde das immer weiter? Ah, okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Wo wurde dann der Schuh gefunden? Von da sind sie losmarschiert. Sind dann hier gewesen. El Pianister Trail. Sind dann weiter auf diesen Gipfel gegangen oder so. Sind dann irgendwo da vielleicht verloren gegangen. Ich weiß nicht jetzt, wo das Schuh war. Ich kann das nicht zuordnen. Aber vielleicht ist dann halt ein bisschen was da in den Fluss rein. Und das ist dann halt da runtergetrieben worden. Und deswegen haben sie da die Jeans gefunden. Die hat jemand rausgefischt oder auch nicht. Vielleicht ist die auf einem Stecken gewesen. Man weiß es nicht. Vielleicht ist die irgendwo auf einem Rock transportiert worden. Chris Kremers Rippe. Und Rippenknochen. Laut ersten Medienbericht. Weil das ist ja alles in der Nähe von einem Bach. Und es wurde ja auch der Rucksack in diesem Bach gefunden, oder? Gehören diese aber nicht zu Chris oder Lisanne. Sondern zu Einheimischen. Am 15. August wird jedoch bekannt gegeben, dass der gefundene Rippenknochen zu Chris Kremers gehört. Die anderen menschlichen Überreste stammen laut des Buches Lost in the Jungle. The mysterious disappearance of Chris Kremers and Lisanne frohen in Panama. Von einem Kind, einem Mann und Tieren. Chris Rippenknochen weist eine Besonderheit auf. Er ist so weiß, dass man denken könnte, er wäre gebleicht worden. Insbesondere im Vergleich zum Beckenknochen, der eine ganz andere, für einen Verwesungsprozess normalere Farbe aufzeigt. Die Färbung könnte theoretisch auch durch permanente Sonneneinstrahlung oder die Beschaffenheit des Erdbodens verursacht worden sein. Okay. Aber dass der Knochen durch das Sonnenlicht derart verblasst ist, dürfte unwahrscheinlich sein. Denn es war ja Regenzeit. Und somit gab es weniger Sonnenstunden. Als mögliche Ursache für die auffällige Farbe des Knochens bleibt also entweder der Erdboden vor Ort oder dass der Knochen von jemandem mit Bleichmittel behandelt wurde. Auch am 29. August wird ein Knochenfund gemeldet. Direkt neben dem Rio Culebre werden Überreste des Beines von Lisanne gefunden. Teilweise sollen noch Haut- und Gewebereste an den Knochen zu finden gewesen sein. Laut einiger Quellen, unter anderem der ältesten panamaischen Zeitung, La Estrella, stoßen die Ermittler vor Ort auf ein weiteres verstörendes Indiz. Menschliche Haut. Laut den Quellen sei diese gerichtsmedizinisch untersucht worden. Dabei habe sich herausgestellt, dass es sich um Haut des Oberschenkels von Lisanne gehandelt habe. Die Hautfetzen seien Staub- oder erdbedeckt gewesen und hätten erste Verwesungsanzeichen gezeigt. Aus diesem Grund soll der untersuchende Gerichtsmediziner gegenüber der La Estrella ausgesagt haben, die Hautfetzen hätten an einem kühlen, dunklen Ort gelagert werden müssen, um auch mehr als vier Monate nach dem Verschwinden und mutmaßlich auch nach dem Tod der jungen Frauen in diesem Zustand zu sein. Das bereits angesprochene Buch Lost in the Jungle allerdings widerspricht diesen Quellen und behauptet, bei der gefundenen Haut handele es sich um Tierhaut. Eine Journalistin habe lediglich versucht, die Story aufzubauschen und noch dramatischer erscheinen zu lassen, als sie ohnehin schon ist. Auch der Fundort der Überreste von Chris und Lisanne wirft Fragen auf, denn die Leichenteile werden an unterschiedlichen Orten gefunden. Sie sind über das Dschungelgebiet verstreut. Okay, hier sehen wir das. Zack, da ist Red, ist gleich Search Cruise, okay. Da haben sie überall abgesucht, alles klar. Hike Starting Point. Okay, die sind von hier, sind sie da rübergegangen. Pervis and Foot Found. Okay, ah, okay. Okay, das war der ganze Hiking Trail und dann ist quasi einmal, zweimal, dann haben sie die ersten Kleidungsstücke gefunden, dann nochmal die ganzen Hiking Trail. Da war erst der Rucksack, aber gut, da ist ja den Bach hinunter. Pervis and Foot Found, das war in der Nähe. Und dann nochmal weiter, Chris Rib Found. Ja, der River Flow geht zwar so, aber trotzdem, dass alles da irgendwie random in diesen River geflogen. Ich weiß, ich hab, ey, ich hab versucht, so lang wie möglich da mit Erklärungen irgendwie vor mich zu labern, aber halt ohne Spaß. Ich hab null Ahnung mehr, wie das alles geht. Die armen Familien, ja, zu 100 Prozent, Alter. Zu 100 Prozent. Ey. Mit den wenigen Überresten der beiden jungen Frauen ist eine Feststellung der Todesursache leider nicht möglich, denn essentielle Körperteile wie die Schädel oder Torsus von Chris und Lisanne sind bis heute nicht aufgetaucht. Und das war 2014, oder? Es haben schon ein paar was geschrieben wegen Kannibalen, aber auch mit einem Kannibalen, Bruder. Der Knochen, dass der so ausgeblichen war. Ja, vielleicht haben Tiere die Knochen auseinandergetragen. Das kann auch sein. Im Wiki-Artikel steht, dass sie einen Teil vom Kopf gefunden haben. Okay. Die panamanischen Behörden gehen bis heute davon aus, dass Chris und Lisanne infolge eines Unfalls verstorben sind. Sie seien in einen Fluss geraten und hätten durch die starke Strömung und die heftigen Regenfälle keine Chance gehabt, lebend wieder rauszukommen. In Panama regnet es in der Regenperiode sehr viel in sehr kurzer Zeit. Dadurch schwellen die Flüsse an und entwickeln eine starke Strömung. Es ist durchaus möglich, dass man in einen Fluss fällt und darin umkommt. Die Strömung sei wohl so stark, dass sie einen Menschen buchstäblich zerreißen können. Auch sei es normal, dass eine Leiche sich im warmen, feuchten Klima des Dschungels nach einiger Zeit zersetzen würde. Was die Stückelung der Körper von Chris und Lisanne erklären würde. Auch die zuständige Staatsanwältin, Bethsaida Pitti, wird von einer panamanischen Zeitung wie folgt zitiert. Es wäre unverantwortlich, ohne Grund zu sagen, die Mädchen seien ermordet worden. Ich kann nicht sagen, dass sie getötet wurden. Darüber hinaus ist es ja, ein weit verbreiteter Überlebens-Tipp nach Gewässern zu suchen, wenn man sich verirrt hat. Chris und Lisanne könnten also theoretisch den Plan gefasst haben, dem Fluss zu folgen, bis sie auf Menschen treffen würden. Dabei könnten sie von heftigen Regenfällen überrascht worden und in den Fluss geraten sein. Doch wenn die beiden wirklich verunglückt wären, würde noch immer eine Erklärung für die merkwürdigen Handy-Aktivitäten und die mysteriösen Nachtfotos fehlen. Vielleicht sind sie auch dem Fluss gefolgt und da waren irgendwelche Alligatoren oder sowas, die sie halt überrascht haben, weil es muss ja nicht nur der Regen sein. Dog Magpie, Dankeschön. Wir wissen, dass Chris und Lisanne schon am Nachmittag des 1. April erste Notrufe absetzen wollen. Um diese Uhrzeit war es noch hell draus. Ist es möglich, dass die beiden vom Rückweg ihrer Wanderung bewusst oder unbewusst abgekommen waren und sich verirrt hatten? Die beiden sind ja nicht den El Pianister-Trail zurückgelaufen, sondern über den Gipfel des Mirador tiefer in den Dschungel hinein. Vielleicht wollten sie nur kurz die nähere Umgebung erkunden und haben dabei die Orientierung verloren. Das könnte zumindest den versuchten Hilferuf erklären. Als sie bemerkt hatten, dass die Notrufe nicht durchgingen, könnten sie sich dazu entschieden haben, bei einbrechender Dunkelheit an Ort und Stelle zu bleiben, um am nächsten Tag weiterzugehen. Daraufhin könnte sich ihre Unruhe und daher auch die Frequenz ihrer Notrufe verstärkt haben. Wichtig ist bei den Theorien rund um den Unfall und das Verlaufen von Chris und Lisanne zu erwähnen, der La Pianister-Trail selbst gilt als ungefährlich. Natürlich kann jeder Wanderweg unter bestimmten Witterungsbedingungen zur Gefahr werden. Ja, aber der schaut dann wirklich easy aus. Der Trail ist ohne Guide begehbar. Jeder Tourist kann ihn unangemeldet und uneingeschränkt begehen. Der Weg führt an Häusern und Feldern vorbei, wird hier und da enger und etwas unebener, aber es bleibt ein normaler Weg für Wanderung und Spaziergänge. Einige Experten äußerten sogar, es sei unmöglich, sich auf diesem Weg zu verlaufen, auch wenn man keine erfahrene Wanderin ist. Rekonstruktion 2019 steht hier. Auch die Eltern von Chris sind den Trail gemeinsam mit dem Guide Feliciano Gonzales entlanggelaufen, um die Theorien rund um den Tod ihrer Töchter besser nachvollziehen zu können. Und sie sind sich einig, Chris und Lisanne hätten nur in einer Schleife zurücklaufen müssen. Ganz einfach. Der Rucksack und ihre sterblichen Überreste werden jedoch nördlich des Mirador gefunden, in der entgegengesetzten Richtung. Möglicherweise haben sie sich also nie auf den Rückweg des El Pianister-Trail begeben, sondern haben abwärts des Mirador die Orientierung verloren. Die Theorien, die Mädchen hätten einen Unfall gehabt oder hätten sich verlaufen, sind recht plausibel. Sie würden allerdings die angesprochenen Anrufe und Fotoaufnahmen nur bedingt erklären. Bis heute sind nicht nur Hobbydetektive im Internet der Meinung, Chris und Lisanns Tod sei kein Unfall gewesen. Ich frage mich halt nur, also wenn sie einen Unfall hatten, ich glaube nicht, dass sie einen Unfall hatten, aus dem Grund, weil, wenn du den Unfall hast, das ist ja gut und schön, aber dann solltest du zumindest, also dann würde ich, ich weiß nicht, dann würde ich nicht so extrem viel herumgehen, oder? Wenn ich dann herumgehen würde, dann würde ich das halt tagsüber machen und mich dann in der Nacht ausruhen. Naja, oder es ist in der Nacht kühler dort und in der Nacht ist es noch halbwegs erträglich herumzugehen. Allerdings siehst du halt nichts und deswegen haben sie halt die Fotos gemacht. Aber wenn die halt noch viel mehr Platz auf der Speicherkarte hatten, beziehungsweise die könnten ja auch wieder Fotos löschen und sowas, um ein bisschen mehr Platz zu haben, dann hätte ich halt Fotos gelöscht wieder. Also verlaufen ist, glaube ich, wesentlich sinnvoller. Oder die waren halt wirklich Tag und Nacht aktiv und sind Tag und Nacht gegangen. Hat wieder ausgegangen sein. Das kann ja auch sein. Aber die haben ja nach einer Woche immer noch Fotos gemacht. Für den bereits erwähnten Podcast Lost in Panama interviewen Journalisten 2022 den Forensiker, der die Autopsie an den Überresten von Chris und Lisanne durchgeführt hat. Seine Identität bleibt auf seinen Wunsch hin anonym. Denn er glaubt, dass der Tod von Chris und Lisanne kein Unfall war, wie die panamäischen Behörden es deklariert haben. Er sagt aber auch, dass es weder für einen Mord noch für einen Unfall Beweise gibt. Es sei schlichtweg zu wenig von den Körpern von Lisanne und Chris erhalten. Doch es gibt einige Anhaltspunkte, die bis heute für Furore sorgen. In vielen Quellen wird immer wieder ein Fall zum Vergleich herangezogen. 2017 verlor eine 17-jährige Deutsche während einer Wanderung ihre Gruppe und verirrte sich allein im Dschungel. Auch dieser Fall trug sich in Panama zu. Allerdings einige Stunden von dem Gebiet, in dem Chris und Lisanne verschwanden, entfernt. Die 17-Jährige schaffte es, drei Tage lang eigenständig im Dschungel zu überleben, ehe sie auf eine Männergruppe traf. Die Männer behaupteten, zu einem Suchtrupp zu gehören, der nach ihr gesucht hat. Doch anstatt ihr zu helfen, brachten die Männer die junge Frau in ihre Gewalt und missbrauchten sie über Tage hinweg. Aber wie durch ein Wunder konnte die Touristin sich befreien und die Täter wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Junge, also ohne Scheiß, ich würde nie, ohne Scheiß, ich würde nie wieder mein Land verlassen. Ich würde nie wieder weggehen. Nicht, nicht, weil irgendwie, yo, hier Panama oder sonst was, aber Bruder, ich hätte nie, da hast du ja, da hast du, da hast du einen ewigen Schaden von, von, du kannst dir niemandem mehr vertrauen, Bruder, was machst du? Du bist drei Tage verloren, im Dschungel, drei Tage verloren im Dschungel und dann denkst du dir, oh mein Gott, zum Glück bin ich gesaved und dann ist der Albtraum einfach noch viel schlimmer. Ja, auch ohne Spaß, ohne Spaß. Dieser Fall ist für viele Hobbydetektive und Theoretiker ein Beispiel dafür, was in ähnlicher Form auch mit Chris und Lisanne passiert sein könnte. Ja, alleine in den Dschungeln würde ich auch nie. Es sind halt, schau, es sind halt vielleicht diese, diese, diese gleichen Tracks, diese gleichen Tracks, wir schauen, dieser, dieser Track von denen, der hat ja so easy ausgesehen und die waren ja auch zu zweit und die haben sich dann gedacht, naja, okay, dann gehen wir da ohne, ohne Guide und so, das ist relativ Wayne, was soll schon passieren und das würde ich mir auch denken, vielleicht ist es dann auch einfach blöd, aber ich würde mir dann auch denken, naja, okay, so ein 8 Kilometer Trail, der halt wirklich ohne Spaß so quasi, du kannst dich nicht verlaufen, es kann nichts passieren und halt, ja, okay, es kann anfangen zu regnen und sowas, war halt so, mein Gott, dann gehst du halt zurück. Ich weiß, so einfach ist es nicht, aber halt so, worst case ist, du gehst halt durch den Gatsch und so, aber viel kann da jetzt auch nicht passieren, aber die sind halt dann weitergegangen, das war ja der Fehler, das war ja der Fehler, naja. Eventuell haben die beiden Niederländerinnen sich wirklich verlaufen. Durch die Kameraaufnahmen und mutmaßlich auch durch die ersten Telefonversuche könnte man Schlussfolgern, dass Lisanne und Chris noch Tage nach ihrem Verschwinden am Leben waren. Erst am 5. April kann der Simpon-Code nicht mehr richtig in Chris' Handy eingegeben werden. Vielleicht hat jemand die beiden Touristinnen nach einigen Tagen im Dschungel gefunden, sie aber nicht gerettet, sondern ein Verbrechen an ihnen begann. Okay, okay, oh mein, oh mein, tu mir das nicht an, oder? Feliciano, Feliciano, oder? Nicht, na, 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 na. Schwör, wenn Feliciano da involviert ist, oder? Ist der Hund, ist der Hund der vom Feliciano? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nee, das ist von irgendeinem anderen, oder? Bruder, wie der das einfach buchstabiert, ich so aus. Theorien oder Annahmen, reale Personen mit einbeziehen, ist Vorsicht geboten. Ja. Insbesondere, da Chris und Lisanne verschwinden offiziell nicht als ungeklärter Mordgeld. Okay, nee, der ist nicht vom Feliciano. Und es nie offiziell Verdächtige gegeben hat. Feliciano, no. Wenn man sich mit dem Fall beschäftigt, fällt auf, dass eine Person immer wieder auftaucht. Feliciano González. Bei ihm sind Chris und Lisanne für den 2. April für einen Ausflug angemeldet. Und als die beiden nicht erscheinen, ist es Feliciano, der sie als vermisst meldet. Bei Felicianos Bruder wird der Rucksack von Chris und Lisanne abgegeben. Und Feliciano findet Lisanns Fuß und Chris' Beckenknochen. Der hat die gefunden? Okay. Wir haben einen Suchtrupp. Okay, okay, okay. Feliciano, Unschuldsvermutung und sowas. 100%. 100%. Aber wir haben einen fucking Suchtrupp von mehreren Leuten, die wochenlang, by the way, nach denen beiden suchen. Und Feliciano findet nicht nur einen, findet nicht nur den Fuß, sondern auch den Beckenknochen. Ey, Unschuldsvermutung des Todes, aber ich muss sagen, das ist sass. Das ist sass. Auch am Anfang der Suche hat er sich sehr rege beteiligt. Er hat Suchtrupps zusammengestellt und navigiert und auch zahlreiche Interviews gegeben. Aber es ist gar nicht so verwunderlich, dass jemand in diesem Fall immer und immer wieder auftaucht. Immerhin sind Chris und Lisanne in einer Kleinstadt verschwunden. Ja, stimmt auch. Boquette hat gerade einmal 15.000 Einwohner. Feliciano ist durch seinen Job als Tourguide nicht nur gut mit den Anwohnern vernetzt, sondern kennt sich auch im Dschungel und auf dem El Pianista Trail hervorragend aus. Noch dazu hat er Kenntnisse in mehreren Fremdsprachen. Dass er Journalisten und Behörden gleichermaßen als Anlaufpunkt für Auskünfte dient, ist also nur logisch. Dennoch gibt es ein paar Menschen, die Feliciano seine Gutmütigkeit nicht abkauft. Besonders deutlich wird, dass in dem bereits erwähnten Podcast Lost in Panama für den Investigativjournalisten das Verschwinden von Chris und Lisanne 2022 noch einmal neu aufgerollt hat. Als das Team vor Ort in Boquette ermittelt und mit Anwohnern spricht, erzählt eine dort lebende Frau den Journalisten, Feliciano habe ihr direkt nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne gesagt, sie solle nicht über die beiden sprechen, und niemandem Auskunft geben. Diese Frau ist Martina, die damals bestätigt hat, Chris und Lisanne am 1. April auf dem El Pianista Trail von ihrem Garten aus beobachtet zu haben. Im Podcast wird es so dargestellt, als habe Feliciano Martina gedroht und als habe sie regelrecht Angst vor ihm. Feliciano wird von den Journalisten für ein Interview angefragt. Doch er hat Vorbehalte gegen eines der Teammitglieder, das in der Vergangenheit über den Fall und Felicianos Rolle in ihm berichtet hat. Feliciano soll mit seiner Darstellung in den vorangegangenen Berichten so unzufrieden sein, dass er für den Podcast nicht interviewt werden möchte. Stattdessen spricht das Team mit einem Bekannten von Feliciano, der in Boquette lebt. Dieser erzählt von Felicianos Sohn Henry González, der sei ein netter, junger Kerl, so lange er nicht betrunken sei. Wenn er es isst, sei er aggressiv. Und Henry sei am 30. März gemeinsam mit Freunden sowie Chris und Lisanne in einer Diskothek in Boquette gesehen worden sei. Also zwei Tage, bevor die beiden Touristinnen ihre Wanderung unternommen haben. Weiter gibt eine anonyme Quelle an, Chris hätte von einem Freund von Henry González Marihuana kaufen wollen. Auch hätten Chris und Lisanne am 31. März eine Hausparty besucht, die Henry und Freunde von ihm ebenfalls besucht hätten. Chris und Lisanne seien von einem jungen Mann namens Osman V. dabei gesehen worden, wie sie mit Henry und drei weiteren Männern aus seinem Umfeld in einem roten Pickup-Truck gesessen hätten. José, Edwin und Quevo. Die vier jungen Männer seien eine Art Bande. Ein ehemaliger panamascher Ermittler des Falls, der anonym bleiben möchte, berichtet ebenfalls von einer Party mit der Bande, die Chris und Lisanne besucht haben soll. Diese Angaben hätte eine Quelle damals der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Doch in den Polizeiakten findet sich kein einziger Hinweis auf die besagte Party. An dieser Stelle... Ey, Digga, das wird immer, das wird immer schlimmer. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es ja einen Boy, der hat beobachtet, dass irgendeine Frau geschrien hat, während andere Boys im Gebüsch gewartet haben. Und der hat halt obviously die Panik bekommen, der ist weggelaufen und so. Das könnte was damit zu tun haben, dass die werden denen ja auch sicher gesagt haben, yo, wir sind, wir sind, wir machen dann das mit der Schule und sowas und da wurde das doch nichts und wir sind dann auf dem Hiketrail und sowas, das wollen wir uns anschauen und die wussten das ja. Die wussten das ja, schätze ich jetzt mal, dass die auf diesen Hiketrail gehen und dass die wahrscheinlich auch alleine gehen, weil die sind ja auch alleine gekommen und sowas. Ähm... Ja... Aber das war dann nicht der Pickup-Truck, der sie dort hingebracht hat und dann die falsche Uhrzeit angegeben hat, oder? Es sei noch einmal erwähnt, dass der Podcast die einzige Quelle für diese neuen Anhaltspunkte ist. Okay. Wir wissen nicht genau, in welchem Verhältnis der Informationsgeber wirklich mit Henry und Feliciano steht. Stimmt, stimmt, ja. Mit anderen Worten, ob jemand Henry und Feliciano eine Beteiligung am Tod von Chris und Lisanne anhängen möchte oder ob an diesen Angaben wirklich etwas dran ist. Oder ob der das vertuschen will. Dazu kommt, dass Chris und Lisanne während ihres Aufenthalts in Panama beide Tagebuch geführt haben und keine der beiden schreibt etwas über eine Hausaufenthalte, den Kauf von Marihuana oder ein Aufeinandertreffen mit Henry und seinen Freunden, wohingegen sie von anderen Reisebekanntschaften schreiben. Okay, okay. Doch wenn man das größere Bild betrachtet, das von Bouquet nach dem Verschwinden von Chris Kremers und Lisanne Frohn, können einige Puzzlestücke scheinbar zusammengeführt werden. Füße zusammen, Bro. Boah, Digga, Alter, jetzt. Nach dem Verschwinden von Chris Glaubst irgendjemand in diesem Podcast ja, in diesem Podcast wolltet ihr denn einfach was ankreiden? Vielleicht, weil er selber was zu verbergen hatte? Von Lisanne gibt es im Bouquet eine Reihe von Todesfällen, die im Zuge des Falls immer wieder erwähnt werden. Nur wenige Tage nach dem Verschwinden der Niederländerin wird am 5. April Osman V. Tod aufgefunden. Er wird in einem Fluss gefunden, soll jedoch eine unerklärliche Kopfverletzung gehabt haben. Osman ist derjenige, der Chris und Lisanne laut der anonymen Quelle mit den vier Männern in einem Pickup-Truck gesehen haben will. Ein Jahr später stirbt Ende März 2015 einer der Männer, die sich laut Osman in dem Auto befunden haben sollen, José M. Er wird von einem Auto überfahren. Der Fahrer kann nicht gefasst werden. Und es wird nur noch gruseliger. Auch der Taxifahrer namens Leonardo Arturo G., der Lisanne und Chris zum El Pianister Trail gefahren hatte, wird im März 2015 tot aufgefunden. Er wird mit dem Gesicht nach unten in einem flachen Fluss gefunden. Innerhalb eines Jahres sind also drei Männer, die in irgendeiner Form mit Chris und Lisanne zusammenhängen sollen, tot. Vor allem, Bruder, vor allem Osman. Vor allem Osman V. Vier oder fünf Tage nach dem Verschwinden. Nach dem Verschwinden, während wahrscheinlich noch Suchtrupps gesucht haben, Bruder. Junge, das ist, das ist ganz, ganz crazy. Das könnte bedeuten, könnte bedeuten. Nochmal hier, Unschuldsvermutung und sowas. dass direkt nach dem Verschwinden er unruhig geworden ist. Also er hat das ja nur gesehen, dass die, oder er hat ja ausgesagt, maybe, oder wollte irgendwie aussagen, oder was weiß ich, was hat das herum erzählt und wäre dann wahrscheinlich zur Polizei gegangen. Deswegen, deswegen haben sie ihn beseitigt, ne, Unschuldsvermutung, ne, das ist jetzt nur hier aus einem YouTube-Video und sowas. dann dieser José, der war ja Teil von der Bande. Vielleicht ist der auch nach einem Jahr unruhig geworden oder hat sich gedacht, ey, hier, keine Ahnung, Kronzeugen-Status oder was weiß ich was. Und der Leonardo genauso. Bruder, das, das ist wirklich crazy. Der Taxifahrer, der sie zum Trail brachte, ein Mann, mit dem sie neben drei weiteren gesehen worden sein sollen und Osman V., der diese Beobachtung gemacht haben soll. Im Rahmen des Podcasts spricht erstmals die Mutter von Osman, Margarita V., öffentlich über den Tod ihres Sohnes. Sie bringt die Gruppe von Henry Gonzales mit Osmans Tod in Verbindung und auch mit dem Tod von Chris und Lisanne. Schon kurz nach dem Verschwinden der beiden jungen Frauen hätte Osman Margarita erzählt, er hätte Ärger mit der Bande um Henry Gonzales. Osman habe ihr erzählt, die Bande habe ihm mit dem Tod bedroht, sollte er darüber reden, die Männer gemeinsam mit Chris und Lisanne gesehen zu haben. Bro. Bro. Das ist... Und das ist ein Stück zu spezifisch. Das ist... Das ist ein Stück zu spezifisch. Yo, Mama. Ich wurde von dieser Bande, die mit Chris und Lisanne gemeinsam waren mit dem Tod bedroht, sollte ich sagen, dass ich sie gesehen habe. Und dann sagt er, yo, ich habe sie by the way mit dieser Bande gesehen. Zack. Fünf Tage später nach Verschwinden Mr. Skorpex, Dankeschön für den Prime Sub. Also, sagen wir nicht... Also, wurscht, was hier noch passiert. Bruder, das ist alles sehr, sehr weird. Also, ich dachte, yo, ich dachte am Anfang, okay, hier, die sind verschwunden und natürlich, das ist hier ein bisschen, könnte ein bisschen komisch sein, könnte ein bisschen sketchy sein und sowas, auch mit den Sachen, die da gefunden wurden und sowas. Okay, okay, ist ein bisschen weird, aber es ist der Dschungel und Tiere können das verschleppen und vielleicht hat das irgendjemand, der Fluss hat das ein bisschen weitergetragen, die ganzen Sachen und sowas, aber das ist schon sehr, 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 sehr auffällig. Mayera, Dankeschön für den Prime Sub. Weiter gibt Margarita an, José habe sich nach Osmans Tod ansiedelt. Es ist immer alles großer Bullshit, alles hören, sagen und jeder hat seinen persönlichen Grund, das anders zu sehen. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, aber es sind trotzdem diese drei Menschen, die sehr, ja, was heißt close, klar, das ist eine Kleinstadt und klar, da hast du vielleicht mit vielen Leuten Kontakt und so, aber halt, das ist schon, von dem Fahrer, dass sie hingebracht wurden, von dem einen Typen, der spezifisch über die gesprochen hat und auch über den José gesprochen hat, I don't know, was ich daraus machen soll. Zur Erinnerung, José ist einer der vier Männer, die Margaritas Sohn mit Chris und Lisanne gesehen haben will. José habe Margarita gestanden, dass die Bande etwas mit Osmans Tod zu tun habe. Er habe gesagt, Osman sei zum Fluss gelockt und dort hinterrücks mit einem Stein erschlagen worden. Was? Nochmal, zu wem hat er was gesagt? Margarita gestanden, dass er mit Chris und Lisanne gesehen haben will. José habe Margarita gestanden, dass die Bande etwas mit Osmans Tod zu tun habe. Bruder, Plot, wo ist denn alle zwei Sekunden? Okay, okay, Osman hat gesnitcht, hat gesagt, diese Bande war mit Chris und Lisanne, habe ich da gesehen. Dann wurde er beseitigt. Dann hat er, laut der Story, laut der Story von Margarita V. Dann hat der José gesagt, yo, der Osman wurde deswegen beseitigt, weil er da gesnitcht hat. Und dann ist der José verschwunden. Er habe gesagt, Osman sei zum Fluss gelockt und dort hinterrücks mit einem Stein erschlagen worden. Das würde auch die ominöse Kopfverletzung erklären, die Osman V. hat. Mhm. Nur kurze Zeit später nach dem Gespräch zwischen José und Margarita sei José dann überfahren worden. Laut Margaritas Schilderung, die sie von José übertragen bekommen haben will, hätten Chris und Lisanne die Bande um Henry, José, Edwin und Quevo am 1. April während ihrer Wanderung getroffen. Die jungen Männer hätten Chris und Lisanne versprochen, ihnen einen weiteren Aussichtspunkt zu zeigen, die anstelle dessen aber zum Haus von Quevo und Palo Alto geführt. Dort hätten die Männer ihnen Alkohol gegeben und die jungen Frauen bedrängt. Henry habe Chris angefasst. Okay, Moment, Moment, Moment. El Pianista Trail. Der geht dann wahrscheinlich da so weiter, oder? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Das ist der El Pianista Trail. Achso, nein, der geht von hier oder von hier sowas startet der und dann waren sie wieder am Rückweg oder was und wurden nicht gesehen aber sind zu dem Haus von ihm gegangen. Er hat ihnen Alkohol gegeben und die jungen Frauen bedrängt. Henry habe Chris angefasst. Woraufhin diese sie ihn geschlagen haben. Daraufhin sei Henry auf Chris losgegangen und habe mit seinen Fäusten auf sie eingeschlagen. Als Lisanne sich in das Handgemenge eingemischt habe, hätten die jungen Männer beide Frauen erschlagen und danach was braucht. Die Leichen von Chris und Lisanne hätten die Männer daraufhin in Müllsäcken unter einem Mangobaum vergraben. Einige Wochen später aber einzelne Leichenteile im Dschungel verstreut, um es so aussehen zu lassen, als seien Lisanne und Chris bei einem Unglück ums Leben gekommen. Die fehlgeschlagene Notrufe sowie die rätselhaften Kamerafotos seien ebenfalls ein Ablenkungsmanöver der Bande gewesen und den Anschein aufrecht zu erhalten, Chris und Lisanne seien beim Wandern vom Weg abgekommen und seien schließlich im Dschungel gestorben. Das könnte sogar erklären, warum es dieses Foto mit den Haaren drauf gibt. Weil dieses Foto mit den Haaren drauf, das da, das sieht man ja nur von hinten oder von vorne mit den Haaren im Gesicht. Man weiß es nicht. Das heißt, sie müsste da theoretisch nicht mal am Leben sein. Müsste sie nicht. Müsste sie nicht. Deshalb der abgetrennte Fuß. Also wenn das so korrekt ist, dann wäre ich als diese Margarita oder Marianne, ich weiß gerade nicht mehr, Entschuldigung, ich habe ja den Namen gerade nicht gemerkt, hätte ich unfassbar, also natürlich ist es dann das Richtige, dass sie das halt dann so wiedergibt, dass sie halt quasi die Wahrheit so ans Licht kommen lässt. Aber Bro, dann hätte ich auch als sie extrem Panik. Es sind dann schon drei Leute tot aufgefunden worden, die ja irgendwas mit diesem Fall, wenn das wirklich so passiert ist, zu tun gehabt haben und dann halt Bro. Diese Version der Geschehnisse ist nicht nur voller schwerer Anschuldigungen, sondern auch ziemlich harter Toba. Kann eine Gruppe von Anfang 20-Jähriger wirklich so abgebrüht sein, dieses nahezu perfekte Verbrechen derart kurzfristig zu planen und durchzuführen? Wäre schon machbar. Wäre schon machbar. Die wohnen da direkt in der Nähe von dem Trail. Die wissen, dass sie auf dem Trail waren und das Einzige, was sie machen müssen, unter Anführungszeichen, ist hin und wieder mal zu dem Trail halt hingehen und da ein bisschen reingehen und sowas, weil die wissen, die kennen sich da ja wahrscheinlich perfekt aus, wenn die da direkt in der Nähe wohnen. Das ist wie, wenn du da in deiner Nachbarschaft herumgehst. Und dann haben die hier und da mal irgendwelche Leichenteile ausgelegt. Neben dieser Frage fällt noch ein weiteres Detail auf, das nicht ganz stimmig ist. Margarita erzählt unter anderem explizit, Lisanns Fuß sei mit einem Werkzeug abgetrennt worden. Laut der Autopsie wohnen aber gar keine Spuren einer Waffe an Lisanns Fußknochen gefunden. Darüber hinaus gab es ja am 1. April bereits jeweils einen Notruf von Chris und Lisanns Handy. Ja, aber Werkzeug heißt ja jetzt nicht direkt Säge, also es muss kein cleaner Cut sein. Selbst auf dem kürzesten Weg braucht man vom El Mirador bis zum Haus von Quevo und Palo Alto mindestens drei Stunden. Wenn die beiden gegen 13.15 Uhr den Gipfel des Mirador verlassen haben, um 16.39 Uhr aber schon den Notruf von Quevos Haus aus anwählen müssen, muss die Gruppe sich auf dem Weg extrem beeilt haben und die Lage bei Quevo sehr schnell eskaliert sein. Oder es ist nie so passiert. Stimmt, stimmt, stimmt. Und es ergibt sich natürlich noch eine weitere Frage. Oder die haben sich wirklich verlaufen, wollten dann den Notruf callen und die Gruppe hat sie zufällig gefunden oder so. I don't know. Kann es wirklich sein, dass die kleine Gruppe niemandem in Palo Alto aufgefallen ist? An dieser Stelle muss noch einmal verdeutlicht werden, dass Margaritas Äußerungen von niemandem gestützt werden können. Sie will das alles von José erfahren haben, der an den Geschehnissen des 1. April beteiligt gewesen sein soll. Doch José wurde während eines Unfalls mit Fahrerflucht getötet, so dass ihn niemand mehr zu dieser Angelegenheit befragen kann. Margaritas Sohn Osman, der Chris und Lisanne gemeinsam mit José, Henry González und Quevo und Edwin gesehen haben und so die Verbindung zwischen der Bande und den ermordeten Mädchen gekannt haben soll, ist ebenfalls tot. Seine offizielle Todesursache ist ertrinken. Diese Aussagen sind nirgendwo polizeilich festgehalten, da Margarita erst 2022 mit den Journalisten des Lost in Panama Podcasts darüber spricht. Ah ja. Und Margarita gibt eben auch nur das wieder, was sie von Osman und José erfahren haben will. In anderen Worten, die Theorie klingt zunächst vielversprechend. Es handelt sich letztendlich aber um Hörensagen. Ja, warum ist sie dann nicht straight zur Polizei gegangen? Selbst wenn sie das erst später erfahren hätte, das klingt ja plausibel. Es klingt real talk plausibel. Da wäre ich hingegangen und hätte gesagt, yo, by the way, ich habe das und das gehört, das und das soll ich mitbekommen und das und das soll passiert sein. Das habe ich gehört von einer Person, die jetzt auf mysteriöse Weise gestorben, also was heißt mysteriöse Weise, auf Fahrerfluchtweise gestorben ist. Aber die Schuld auf Tote zu schieben ist auch mega easy, wenn die involviert waren. Ja, natürlich, also natürlich, schau, die Margarita geht jetzt her und sagt, yo, ich habe gehört, dass jemand das und das und das gemacht hat und weil sie dann auch tot ist, ja, aber glaubst du nicht, dass das, wenn sie das so in der Öffentlichkeit wiedergibt, dass es dann genauso dazu kommen könnte? Vor allem, wenn die Polizei das mitbekommt, dass sie gesagt hat, yo, das und das ist passiert, dann werden die ja safe irgendwie eingeladen haben oder sowas oder werden die irgendwie verhört haben. Ich weiß es nicht. Warum lebt, lebt dann die Zeugung noch? Das ist die Frage. Vielleicht lebt die auch nicht mehr in Panama. Vielleicht lebt die irgendwo in Sicherheit, weil sie Angst hat vor dieser Bande oder sonst was. Aber das stimmt schon. Das mit den, das mit den Anrufen, das ist sehr sass. Das ist sehr, sehr sass. Die waren um 12 Uhr irgendwas oder um 13 Uhr irgendwas waren die auf dem Gipfel und dann um 16 Uhr sollen die schon, sollen die schon um Hilfe gebeten haben. müsste das alles ja wirklich in kürzester, kürzester Zeit passiert sein. Margarita, I don't know. Nichts ist belegt. Niemand weiß, ob das, was Margarita erzählt, wirklich der Wahrheit entspricht. Allerdings fährt das Podcast-Team tatsächlich zu dem Haus von Cuevo und Palo Alto und er kennt dort ein signifikantes Detail aus Margaritas Erzählungen wieder. Ein Mangobaum in seinem Garten. Unter einem solchen sollen die jungen Männer Chris und Lisanne laut ihrer Aussage zunächst begraben haben. Außerdem gibt es einen Schleichweg vom El Mirador nach Palo Alto, der durch den Dschungel fügt. Mit großer Wahrscheinlichkeit würde man dort niemanden begegnen und damit wäre die Frage beantwortet, wie es sein kann, dass niemand sie in Palo Alto gesehen hat. Sie hätten einfach diesen Schleichweg benutzt. Und zu guter Letzt, es gibt in der Nähe des Hauses von Cuevo kein Handyempfang, wodurch die fehlgeschlagenen Notrufe einfach gefälscht worden sein könnten. Ein anderer Einwohner von Bouquet erzählt den Journalisten eine ähnliche Variante. Mitglieder der Bande hätten Chris und Lisanne in ihre Gewalt gebracht und ermordet. Ebenso seien sie für den Tod von Osman, José und Leonardo verantwortlich. Allerdings seien Chris und Lisanne nicht im Haus von Cuevo, sondern in einem Haus, das Feliciano gehört, ermordet worden. Man merkt, in der Welt gibt es zahlreiche Gerüchte um den Tod der beiden jungen Niederländerin. In den Polizeiakten findet sich die Information, dass ein anonymer Informant 2014 den Hinweis gegeben haben soll, José, der Margarita seine Beteiligung am Tod von Chris und Lisanne gestanden haben soll, könnte Informationen über den Verbleib der beiden haben. José wurde daraufhin befragt und soll gegenüber der Polizei gesagt haben, Henry González hätte vielleicht etwas mit dem Tod der Touristinnen zu tun. José hätte Henry erst sechs Tage nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne wieder in der Gegend um Buket gesehen. Auf Nachfrage habe Henry gesagt, er sei in dieser Zeit auf der Farm seines Vaters Feliciano gewesen. Weiter wurde in diese Richtung aber nicht ermittelt. Ah ok, also die Theory ist nicht, dass sie immer wieder mal reingegangen sind in den Dschungel, sondern dass sie da wirklich einfach acht Tage oder sowas dringend gewohnt haben, um das so zu simulieren, wie das wäre. Das Podcast-Team möchte gerne mit der Staatsanwältin Pitti über das Thema sprechen, doch diese würde nur gegen eine Bezahlung im Podcast auftreten wollen. Bruder. Das Journalistenteam hatte sogar Kontakt mit einem Mann, der für Cuevos Familie gearbeitet haben und bei der Vertuschung des mutmaßlichen Verbrechens geholfen haben soll. Es war ein Gesprächstermin mit diesem Mann vereinbart, doch er machte kurzerhand einen Rückzieher und erschien nichts. Die Theorien um Feliciano und die Bande mögen in Teilen schlüssig klingen und ein Hoffnungsschimmer dafür sein, dass Lisanne und Chris Postum doch noch Gerechtigkeit widerfahren kann. Doch nicht nur bei den Opfern, gibt, gelten auch sie als unschuldig. Natürlich, ja sicher. Es macht alles mögliche Sinn. Also da waren mindestens fünf, sechs, sieben Theorien drinnen, die passiert sein könnten und all das sind auch nur Sachen, die passiert sein könnten und alles andere ist ja immer noch, Bruder, es könnte auch sein, dass einfach die in den Wald gesteppt sind und dann wurden sie von einem Krokodil attackiert und ausgeblichen worden, dieser Knochen von der Erde und der Sonne und ich habe keine fucking Ahnung, ich habe null Ahnung. Das ist wirklich, je mehr man sich da rein fuchst im Sinne von, je mehr Informationen du halt bekommst in dem Fall, sehr, sehr gut aufgearbeitet, by the way, wie immer in Solito, desto mehr Gegenargumente findest du gegen deine eigenen Theorien und das ist dann irgendwo einfach, Bruder, ich weiß nicht mehr, wo ich überhaupt anfangen soll, ich weiß nicht mehr, in welche Richtung wir gehen sollen. Damit sind wir am Ende des heutigen Videos angelangt. Einmal mehr kann ich euch keine definitive Antwort darauf geben, was Chris Kremers und die Sand Frohn zugestoßen ist. Doch ich hoffe euch einen guten Überblick über den Fall und ein paar Denkanstöße für eure eigenen Theorien gegeben zu haben. Was glaubt ihr könnte den beiden jungen Frauen passiert sein? Hatten sie einfach großes Pech, indem sie sich verirrten, einen Unfall hatten oder nach Tagen allein im Dschungel vor Erschöpfung starben? Oder denkt ihr, es gibt eine oder mehrere Personen, die den beiden Niederländer etwas angetan haben können? Heute erinnert ein Kreuz auf den Gipfel des El Mirador dem Höhepunkt des El Pianista Trails an Chris und Lisanne. Es soll dort von Feliciano dem Tourguide der als erstes Chris und Lisanne Verschwinden bemerkte und später Teile ihrer Überreste fand angebracht worden sein. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und eure Ideen und Gedanken zu dem Fall. Denn das Verschwinden von Chris und Lisanne polarisiert in der True Crime Community wie kaum ein anderer Fall. Auch wenn das Verschwinden der beiden nun Jahre zurückliegt, Fragen beantworten, die den Fall immer noch umgeben. Und vielleicht könnten die Angehörigen dann auch endlich etwas mehr Gewissheit bekommen. Die investigativen Recherchen des Lost in Panama Podcast haben den Anschein erweckt, dass es auch Jahre nach dem Verschwinden von Chris und Lisanne noch Menschen in Burkett gibt, die mehr zu wissen scheinen. Und wenn dem so sein sollte, darf man hoffen, dass dieses Wissen und aktiviert auch gerne die Glocke. Das hilft dem Kanal wirklich extrem weiter. Denn so bekommt das Video kurz nach der Veröffentlichung viel Interaktion. Und das hilft dabei, den YouTube Algorithmus auszutricksen und das Video Leuten vorzuschlagen, den Kanal noch nicht abonniert. Abonniert auch äh, ne, noch nix. Okay. Ey, ich sag da ganz ehrlich, also wie gesagt, sehr, sehr, sehr krasses Video, auch einfach vom Storytelling musst du das mal so gut hinbekommen, dass du, Bruder, gegen Ende, ab Minute 45 oder sowas, ist es mitunter am spannendsten geworden. Das war crazy, crazy gut gemacht. Insolito werden noch weitere Reactions kommen, das ist ja unfassbar. Aber ja, also overall, hey, wenigstens gibt es die, die, ähm, das definitive, ich sag jetzt mal, Ende, so du weißt, okay, du musst nicht mehr nach den Personen suchen, das ist wenigstens, so schlimm sich das anhört, im, im Vergleich zu den vorigen Fällen, wo, die wir jetzt geschaut haben, äh, immer noch, ich sag jetzt mal, es ist schlimm, aber es ist, nach und nach, ist es vielleicht auch einfach besser einen Abschluss zu haben, als den eben, zu verfehlen, nur hast du halt in dem Fall auch nicht wirklich so den hundertprozentigen Abschluss. Warum kann man nicht irgendwie dem, dem Mangobaum, Bruder in seinem Garten einfach fällen und falls da nichts drunter ist, zahlt man dem Typen eine Entschädigung von, was weiß ich, 50.000 Euro, zack, ah, Entschuldigung, du bist nicht mehr verdächtig oder der wird den selber ausheben oder sowas und wird dann sagen, ja, schau dir her, bei mir ist all good oder sowas, keine Ahnung, ja, crazy daisy. Nochmal, alles nur Vermutungen, die hier geäußert wurden, aber, ähm, maybe erreicht das ja auch, äh, irgendwelche Menschen, die sich damit befassen und die da vielleicht ein bisschen mehr rausholen können. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht.